hallo welt da sind wir wieder und wir kämpfen uns weiter durch diesen dlc old world blues old world blues fallout new vegas damit geht es jetzt weiter ja und bei dem wetter sollte man glaube ich wirklich nicht so viel sport treiben sonst kommt man irgendwie schneller aus der puste als sonst aber nachher geht es dann wieder wenn man wieder zu atem kommt da sind wir und weiter geht's vorsicht ist geboten irgendetwas irgendetwas kann uns sehen ja aber noch mal wir waren hier schon meine ich und wir haben hier alles ausgeschaltet meine ich nuka cola zigaretten ja da geht's weiter zacki hallo willkommen zurück der hier sieht ganz schön zäh aus ach wo da ist doch keiner mehr nee moment moment roboter ich schalte dich aus ich wollte dich ausschalten warum geht das nicht deaktivieren einmal warum bist du überhaupt noch eingeschaltet frage ich mich der sieht ganz schön gruselig aus im gesicht da ich habe überall gedrückt oben das geht nicht okay dann hauen wir eben ab schleichen wir denn ja wir schleichen na kann er die tür nicht öffnen ja der sei auch ganz schön kaputt aus im gesicht schon ach wir können doch hier nicht alles kaputt machen aber er weiß schon dass auf dieser entfernung keine raketen einsetzen darf das ist schon mal ganz gut anschleichen das ist doch der trick dabei das war's sicher die ganze mühe die wir hatten am anfang um die hier auszuschalten alle ja das hat dann alles nicht so viel gebracht auch die tanzen aber schön da unten wie hätten wir es denn jetzt gerne wollen wir dahin und uns anschleichen steve boy wäre richtig gut ach die sehen uns doch gar nicht der hier sieht ganz schön zäh aus nicht so laut nein nicht gut auch so kleine laser dinge hatte einstellung der feindseligkeiten abgeschlossen so weit erst mal so gut ja und da waren wir doch schon hier in der ecke über da gerne kampf nur spaß ja mach bitte solche scherze nicht anzug da kommt man nicht hinter so viele sachen aber keine stempacks ja wir lassen das denke ich auch mal hier stempacks ja die haben schon was gruseliges an sich gucken wir doch mal auf die karte ja also im richtigen gebäude sind wir aber vielleicht nicht so auf der richtigen etage so viele kernspaltungsbatterien und sondern ja 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 Das Pip-Boy-Licht ist an. Das Pip-Boy-Licht ist an. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Den haben wir doch schon ausgeschaltet hier. Warum gurkt der denn jetzt wieder da rum? Kann man den nicht anlocken? Was suchen wir hier eigentlich? Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Nein, 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 nein. Wir sind überhaupt nicht in der Lage zu kämpfen. Würde Sie bitte aufhören, so etwas zu sagen? Die Frau-Anzug. Okay, Schrauber, nein. Dahinter verstecken hier. Vielleicht hier rein. Einfach hier rein. Rein geht nicht. War das schon alles? Ja. Die sind doch deaktiviert. Ich sehe hier keine Feinde. Die sind immer noch deaktiviert. Aber einer rennt hier, glaube ich, nach Rom. Wenn ich nur wüsste, was wir suchen. Dann ist das vielleicht unten. Dann ist das vielleicht unten. Boah, das war aber knapp. Oder nicht? Das war's. Naja, ich verlasse mich mal darauf. Ich hoffe, du weißt, was du da sagst. Hilft nichts. Ich fürchte, wir dürfen noch mal in den Pip-Boy gucken, um herauszufinden, was wir jetzt wirklich hier tun sollen. Denn ich meine, sollen wir noch mehr von diesen Disketten finden oder Holobändern finden? Ich glaube fast, nein. Ich glaube fast, irgendetwas anderes sollen wir hier noch machen. Ja, dann gucken wir doch mal. Holoband. Äh, Holoband. Nein. Ähm, Leute beeinflussen. Finden Sie die Upgrades? Ja doch. Ja, für die unterstützende... Entschuldigung, für die unterstützenden KIs des Beckens. Ach, wollen wir nach oben. Moment, oh, von oben kommen wir. Ganz schön dunkel hier. Ja, das scheint mir aber auch nicht so richtig zu sein. Und oben, da fährt doch noch irgendwas rum. Au, 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 au. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Oder ist das doch über uns? War das schon alles? Aha. Und da oben fährt nämlich doch noch einer rum. Ach, komm schon. Oh, das kann doch nicht so weit sein. Wir sind wahrscheinlich schon dran vorbei einmal. Wenigstens. Oder haben wir das damals irgendwie eingesammelt? Oh, hier ist doch was. Oh. Stimpack und so. Ah, da wird sich unser Anzug aber freuen. Nö. Ah, ah. Ja, das wird hier... Oh, eine Tasse? Die sind richtig schwer. Die Tassen. Nein, nein, wir gucken dann mal hier... ...nochmal auf die Karte. Auf die lokale Karte. Aha. Oben. Wahrscheinlich. Die Richtung stimmt. Ah. Ja. Vielleicht gehört das dem Roboter da oben. Na, auf jeden Fall müssen wir rauf. Und irgendwie... Ja, hier sehe ich nichts. Das wird schon oben sein. Irgendwie daran rum. Schleichen. Den einen vielleicht noch ausschalten. Oh, oh. Der sieht gefährlich aus. Schön schleichen. Zeit zum Kämpfen. Nein. Nein, 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 nein. Du, ich schalte dich aus. Lass dich ausschalten. Lass dich ausschalten. Ja. Bösewichte wurden besiegt. Oh, nein, der wird das drin haben vielleicht. Ja. Scheinbar hat er das hier drin. Oh, jetzt müssen wir ihn kaputt machen wahrscheinlich. Aber das wollte ich doch gar nicht. Ja, da sind wir da mal zu schnell vorgegangen. Ja, aber ist doch richtig. Das blinkt hier wie verrückt, wenn wir hier so stehen. Ob wir den kaputt machen sollen, so erschießen sollen? Anders geht's wahrscheinlich. Kann man den Reifen zerschießen? Oder den Arm. Ja, richtig, zacki. Ganz genau. Maggi Upgrade. Teileproduktion. Schön, schön, schön. Dann, ja, lassen wir euch mal alle hier so, wie ihr da so seid. Ich glaube, wir gehen diesmal lieber hier unten raus. Denn an der anderen Tür könnte noch immer der Kassador lauern. Da hat aber auch schon jemand hier auf die Tür geschossen. Gucken wir mal, wo es danach hingeht. Gucken wir mal, wo es danach hingeht. In dem Pimp Boy einmal geguckt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das sind weite Wege. Wahrscheinlich müssen wir dann doch einmal hier zum Becken und uns heilen lassen. Ja, interessant hier. Hm. Auf zum Becken, denke ich mal. Hoffentlich kommen wir durch. Okay, in der Nacht fliegen vielleicht keine Kassadorer oder vielleicht doch. So ein bisschen wie Kiermisch. Zeug mich mit etwas Weltpads zu belohnen, die einem so einen frischen Atem geben. Hier fahren doch auch immer Roboter her. Lieber bei den Robotern vorbei als bei dem Kassador. Achtung. Fertig. Kämpfen. Den können wir doch ganz leicht ausschalten. Oder nicht? Ich wollte dich ausschalten. Du wolltest ja nicht. Nimm eins den Pack. Es hat sich was geändert. Sie schießen nicht mal mit ihren mächtigen Raketen. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Schon gut. Wir sind gut versorgt. Alles ist gut. Keine Stimpaks mehr. Ah, du machst das schon. Du machst das schon gut. Oh, 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 oh. Ja, genau. Hier rüber würde ich ganz gerne. Keine Stimpaks mehr. Einmal hier rüber. Wir haben keine Stimpaks mehr. Haben wir keine Stimpaks mehr? Vielleicht bist du mit einem Autodock-Anzug besser dran. Ja, vielleicht. Ist das hier nichts? Ach, Kernspaltungsbatterie. Wir haben keine Stimpaks mehr. Die habe ich aber mal. Vielleicht bist du mit einem Autodock-Anzug besser dran. Jetzt schon? Nein, nein, nein. Du machst das. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Wir sind schon verwachsen mit dir. Ist schon alles in Ordnung. Oh. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Ja, ist doch schon gut. Wir haben keine Stimpaks mehr. Haben wir keine Stimpaks mehr? Vielleicht bist du mit einem Autodock-Anzug besser dran. Auf gar keinen Fall. Da müsste ich dich dann ja dafür hergeben. Wir haben keine Stimpaks mehr. Oh, schade. Vielleicht bist du mit einem Autodock-Anzug besser dran. Geschafft. So, sofort. Oh, Moment. Implantat M5 kann jetzt operativ installiert werden. Wahrscheinlich für 50.000 Kronenkorken. Benötigen Sie sonst noch etwas? Damit wir dann eine Patrone mehr tragen können. Oder so ähnlich. Ein sehr guter Entschluss. In Ordnung. Ich muss nur die alte Benutzeroberfläche für Sie starten. Na, erstmal lassen wir uns heilen. Und dann gucken wir, was das jetzt war. Benötigen Sie sonst noch etwas? Ach, da bin ich mir nicht so sicher. Eins. Erhöhte Kriechgeschwindigkeit haben wir dazu bekommen. Implantat M5. Ja, können wir besser kriechen. Warum kriechen? Schleichen meinen die wahrscheinlich. Kriechen ist aber auch gut. Ach hier, Maggi. War das schon alles? Oh, ja stimmt ja. Teilproduktion, also Erweiterungsholoband erhalten. Erweitern auf Teileproduktion Funktionen. Versorgung mit Energiezellen, Mikrofusionszellen und Elektroschrott. Einmal pro täglich verfügbar. Oh, bitte, bitte sag mir, dass du mir ein paar Kaffee-Tasten mitgebracht hast. Ja, und die wiegen ganz schön. Ach so, Moment mal. Hast du irgendwelche elektronischen Komponenten hergestellt? Ja. Bitte sehr. Und, hast du irgendwelche elektronischen Komponenten hergestellt? Tut mir leid. Heute gibt's keine mehr. Versuch's morgen nochmal. Oh, okay. Hier, hier, nehmen sie. Was immer sie wollen. Oh, süße, süße Erfüllung. Ich nehme das zur Schnelligkeit für dich auseinander. Ja, Kaffeetassen und Teller, bitteschön. Natürlich. Jetzt sind wir überladen. Wir können hier mal ein bisschen was abwerfen. Mama Mia, das... Können wir, dass noch niemand so unbemerkt war wie ich? Mama Mia, dass man hier so viel bekommt. Außer Kronenkorken. So viel Wunderkleber hat er uns gegeben. Sachen zum Verkaufen oder Tauschen. ... indoor ... ... ... ... Ach, naja, einmal richtig ausschlafen sollten wir uns wenigstens. Ah, das kommt von der Stimmung wahrscheinlich. Na, dann geht's mal weiter. Oder bekommen wir hier vielleicht etwas Munition zufällig? Wofür brauchen wir denn hier die 223er? Nein, er hat scheinbar überhaupt keine Munition dazu bekommen. Er bekommt also auch keine neuen Sachen mehr, wie es aussieht. Oh, das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Wir haben doch, glaube ich, die Hilfsmittel schon mal als Test alle aufgekauft, die er hat. Ja, und er hat auch keine neuen reinbekommen. Eine Kampfrüstung hat er hier. Ja, aber bei einem Gewicht von 25, ich weiß nicht. Ansonsten hat er nur die Sachen, die wir eben verkauft haben. Sonst hat er hier gar nichts. Moment, was war das gerade? Schallermitteroffenbarung nochmal? Na, sei es drum. Das brauchen wir nicht. Warum hat er eine Schaufel hier drin? Der hat ja die gleichen Sachen wie wir. Moment mal. Nein, nicht ganz. Aber er hat nichts Neues reinbekommen. Weiter geht's mit uns. Oh, oh. Kampf zu Ende. Gut. So, was sagt unser Pip-Boy? Was haben wir denn da so? Oh ja, das würde ja schon passen. Saturnit-Legierungsforschungseinrichtung. Okay. Komm her, du Lump. Kampf zu Ende. Da fliegen die Fetzen. Das nehmen wir alles mit. Und die Waffe haben wir schon. Ja, der ist aber auch bald hinüber hier. Den können wir jetzt gar nicht mehr benutzen. Oh, das sieht ja ganz schlecht aus um unsere Waffen. Wie war das? Ja. Buschbüchse. Die geht noch. Ach. Das war doch nichts. Kommen wir hier drunter? Nein. Interessant gemacht. So mit den Rohren und so. Ich wollte es gerade sagen. Wir haben aber schon lange keine Nachtpirscher mehr gesehen. Na, wir pirschen auch jetzt. Einer. Einer kann voll einer. Ja, hier vorne, meine ich, ist auch noch so eine Gruppe. Aber ich weiß nicht mehr. Das sind, glaube ich, alle hier in der Gegend. Lobotomisierte. Und welche, die hier in den wandelnden Anzügen noch rumlaufen. Ich weiß nicht mehr, wo der Eingang war. Ja, doch, so halbwegs weiß ich es noch. Oh. Jetzt möchte ich immer die Kaffeetassen mitnehmen. Auf dem Rückweg vielleicht. Hm, diese Rohre. Passt doch. Aha. Der Eingang ist hinten vielleicht. Wir waren doch hier schon mal drin. Hm, nein. So richtig waren wir noch nicht drin. Hier drüben ist aber ein Verkaufsautomat. Innovative Giftewerk. Da sollen wir gar nicht rein. Warum gehen wir rein? Wenn wir gar nicht hier rein sollen. Na ja, so aus Sicherheitsgründen schon mal. Ist doch sicherer hier drin, dachte ich mir. Da ist was Blaues. Etwas Blaues. Eine wertvolle Axt. Hm. Wer hat verlaxt? Ja, ja. Schluss mit Schleichen. Nein, nicht so einer. Die halten doch so viel aus. Was hat denn der da für eine Waffe? Der hat ein Gauss-Gewehr oder sowas. Aber da kann ich besonders gut damit zielen scheinbar bis jetzt. Aber er muss auch nicht oft treffen. Wir haben keine Stim-Packs mehr. Vielleicht bist du mit einem Auto doch beim Zug besser dran. Ich mag das schon. Das gibt hier nichts mit dem. Keine Stim-Packs mehr. Ich hätte jetzt aber gerne sein Gauss-Gewehr, muss ich sagen. Wobei, wir sind ja sowieso nicht auf Energiewaffen geskillt. Und das Ding ist bestimmt... Wir haben keine Stim-Packs mehr. Bestimmt super schwer. Vielleicht bist du mit einem Auto doch beim Zug besser dran. Ach, jetzt haben wir echt einmal getroffen. Das ist doch... Keine Stim-Packs mehr. Na, wer hat's kommen sehen? Alles so gefährlich hier. Gleich wieder raus. Wir sind hier falsch. Hoppla. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Die werden uns doch jetzt wohl nicht einfach nur zum Hintereingang schicken. Achtung. Fertig. Okay, ich verstehe. Hier kann man aber auch immer ganz gut herlaufen. Überall. Ah, dachte ich, dachte ich, dachte ich, dachte ich, habe ich mir so gedacht. Leider konnte ich gar nicht lesen, was da so steht. Nein, wir sollen hier wieder raus. Wir gehen aber oben raus. Also, ich weiß jetzt nicht, was für ein Gebäude das hier ist. Ah, das ist das Gebäude. Hier haben wir schon mal was abgeholt. Das lag nämlich hier. Ja, hier haben wir das Wissenschaftsbuch. Ja, hier haben wir das Wissenschaftsbuch. Nein, das für Energiewaffen bekommen. Auch egal, da drüben müsste noch ein Gebäude sein. Schauen wir doch mal auf den Pip-Boy. Aha. Aha. Ja, doch. Aha. Aha, das ist da. Okay, dann ist das hier gar nicht mehr so weit. Das hier könnte anstrengend werden. Klein Yangtze. Und hier oben waren wir scheinbar noch gar nicht. Na gut. Dann geht es doch erst mal hier hin. Wollten wir doch sowieso hier hin. Also einfach ums Gebäude hier rum und dann geradeaus. Mehr ist das gar nicht. Oh nein. Naja, wenigstens hat er es noch geschafft, den Whisky leer zu trinken. Oh, dann war das vielleicht gar nicht so tragisch. Hey, eine Brockblume. Die einzige Brockblume hier. Und wir haben sie gefunden. Eine Brockblume. Sollen wir sie ernten? Moment, die Zange brauchen wir doch für irgendwas. Kampf zu Ende. Der Zug ist abgefahren mit der Zange. Einfach geradeaus, sagte ich. Aber da vorne ist doch kein Gebäude. Da sollte aber eins sein. Das da ist kein Gebäude. Vielleicht liegt das so einfach hier irgendwo rum. Oh Gott, wenn wir jetzt hier rauf gehen, da oben lauern ganz viele Gegner, glaube ich. Zeit zum Kämpfen. Zeit zum Kämpfen. Ich habe nichts gemacht. Ich versuche ganz fleißig das Ding. Okay, dann... Natürlich, natürlich. Nur nicht aufhalten lassen. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Okay, dann... Wir haben keine Stimpacks mehr. Vielleicht bist du mit einem Autodockeranzug besser dran. Nein, irgendwo kann man nicht ausschalten. Und ich habe den Punkt immer noch nicht rausgefunden. Keine Stimpacks mehr. Gleich ist die E-Taste kaputt. Oh, ja. Klagt nur alle auf den Horror-Takt. Keine Stimpacks mehr. Ach, dann lasst mich. Egal. Mein Gott, wenn ich Hände hätte... Wow. Keine Stimpacks mehr. War auch nicht ganz richtig. Oh, ganz übel. Jetzt haben wir ja einen ganz schlechten Speicherpunkt. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Einen ganz schlechten Speicherpunkt haben wir jetzt. Oh, da müssen wir aufpassen. Meine Güte wurde verletzt. Darauf steht der Tod. Keine Zeit, um irgendetwas zu suchen. Wir müssen erstmal in Sicherheit... Wir haben keine Stimpacks mehr. Du musst das Versteck spielen, denn unbedingt... Man weiß es nicht. Eine Höhle! Wir haben keine Stimpacks mehr. Vielleicht bist du mit einem Autodock-Anzug besser dran. Wir haben keine Stimpacks mehr. Vielleicht bist du mit einem Autodock-Anzug besser dran. Na, die werden uns hier nicht erreichen, denke ich. Also... Ah! Denkste... Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Also mit deiner Höhle hätte ich hier unten jetzt gar nicht gerechnet. Und dann noch seine Große. Vielleicht sollten wir erstmal in Sicherheit... Keine Stimpacks mehr. ...erstmal in Sicherheit gehen. Und dann kümmern wir uns um das, was wir hier suchen. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Wir haben keine Stimpacks mehr. Ja, wenn du nicht immer reden würdest... Vielleicht bist du mit einem Autodock-Anzug besser dran. Wie kann der uns hier sehen? Das kann der doch gar nicht. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Weil du auch immer reden musst. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Psst. Das wäre gut, wenn das funktionieren würde. Nein! Echt? Keine Stimpacks mehr. Hm. Hm. Ja, damit müssen wir jetzt erst mal leben. Das bringt jetzt nicht so viel, aber... Keine Stimpaks mehr. Wir werden doch hier wohl nicht durch müssen. Der wird ja wohl hier nicht durchkommen. Oh, der interessiert sich nicht für uns. Kampf zu Ende. Ach, wie schön. Ja, da hast du doch mal was Gutes gesagt. So, viele Möglichkeiten, um sich hier zu verstecken. Und wir haben unseren lauten, lauten Anzug an. Warum ziehen wir den eigentlich nicht mal aus? Na, weil ich mag den. Weil ich ihn mag. Oh, jetzt geht die Sucherei aber los hier unten. Ah, na. Das wird hier irgendwo rumliegen. Wir haben noch unseren schlauen, schlauen Pip-Boy dabei. Der kann uns doch mal anzeigen. Auf der lokalen Karte. Wo wir hier was finden. Und wo ist das? Vorsicht! Ah, es sieht mir so aus, als wäre das auf der anderen Seite. Von der Barriere da. Kaum zu glauben. Oder es ist oben drüber. Ah, hier ist irgendwo die Barriere. Dann müssen wir da erstmal durch. Aha. Oder vielleicht... Vielleicht liegt es daneben. Hier unten irgendwo. Also... Wen findest du niedlicher? Dr. Klein oder Dr. Burroughs? Echt? Das fragst du dich jetzt? Oh... Nicht unbedingt. Nein, das ist nicht unbedingt hier. Oh. Das wird wohl doch oben in diesem Raum sein, denke ich mal. Ja. Irgendwo oben im Raum. Da müsste das sein. Ach, oder da vielleicht. Weit gefehlt. Mitten in dem Gang. In dem Gang. Dieser Gang, durch den wir da gegangen sind. Da wird das vielleicht sein. Oder hier. Nein, hier wohl überhaupt nicht. Sieht mir aus wie dieser Gang. Und hier ist auch nichts interessantes. Ich sehe einen Computer und so. Aber nein, da wird wohl auch nichts interessantes sein. Hier. Diesen Gang, meine ich. Nein. Wohl eher nicht. Hier gehen wir hier durch. Dann gehen wir hier gleich rum. Und dann rechts. Da müsste es rumliegen. Aber vielleicht ist... Oh, oh, oh. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Stimmt. Ach. Jetzt steht er da. Dreieugig. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Warum musst du dich denn umdrehen? Genau das habe ich gebraucht. Das ist gar nicht wahr. Ich bin gegen Streifen auf der Suche nach jemandem, der mich in Stöcke reißen will. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Das ist viel zu heiß und hell. Und wieso haben wir denn auf einmal so viel Energie wieder? Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Oh, ja. Da ist es. Nein. Achtung. Fertig. Kämpfen. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Ach, jetzt hör doch auf. Drei. Drei Stimpaks haben wir da gerade gefunden. Du kannst sie doch nicht alle schon verbraten haben. Ich sehe hier gar nichts. Wir haben keine Stimpaks mehr. Vielleicht bist du mit einem Autodock-Anzug besser dran. Hinter uns. Wir haben keine Stimpaks mehr. Vielleicht bist du mit einem Autodock-Anzug besser dran. Oh, eine Kampfrüstung hier drin. Nein, das können wir doch unserer armen Rüstung nicht antun. Das ist die ganze Zeit hier am Eingang. Keine Stimpaks mehr. Am Eingang irgendwo. Wir müssten es eigentlich sehen von hier aus. Das ist genau da. Wir stehen direkt daneben. Keine Stimpaks mehr. Oh, ein durchgedrehter Mr. Handy. Wir haben noch keine Stimpaks mehr. Vielleicht. Ja, danke, Zaki. Und schön, dass du da gewesen bist. Eine erholsame Nacht wünsche ich dir. Ich glaube, ein Mr. Handy hat das ganze Zeug. So wird es sein. Den erreichen wir so schnell nicht. Bis wir da sind. Oder doch? Ein Mr. Handy wird es haben. Ja, so wird es sein. Jetzt geht es immer an die Roboter wahrscheinlich. Aha, er kommt. Wenn wir doch nur einen Steve Boy oder so etwas hätten. Keine Stimpaks mehr. Ach, hör doch auf zu reden. Ich möchte den hier ausschalten. Na also. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Den anderen auch gleich. Ausschalten. Nur ausschalten einmal. Wir haben keine Stimpaks mehr. Vielleicht bist du mit einem Autodock-Anzug besser dran. Zwei sind aus. Ah. Ja, aber wenn das in einem Roboter wäre, dann würde sich unser Ziel ja bewegen. Das macht es aber gar nicht. Ach so, vielleicht weil es ausgeschaltet ist jetzt. Wir haben keine Stimpaks mehr. Vielleicht bist du mit einem Autodock-Anzug besser dran. Mein Gott, wenn ich Hände hätte, würde ich Ihnen das Leben aus dem Kameradon... Keine Stimpaks mehr. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Wer bin? Nein. Wer du dich... Schalte ich ab? Wir haben keine Stimpaks mehr. Vielleicht bist du mit einem Autodock-Anzug besser dran. Na also. Nummer drei. Ach, komm, wir gucken mal. Die haben doch hier bestimmt ganz viele Stimpaks. Oh, Munition. 308er. Und viele Kronenkorken ausnahmsweise mal. Hier bleibt schön aus. Durchgedrehte Mr. Handys alle. Da ist aber noch irgendetwas hier im Gebäude. Ein Lobotomisierter. Das war nur eine Lampe. Ach, Zuckerbomben können wir die nicht essen. Ja, okay, können wir ja gleich essen. Gut, gut. So, Bomben oder so etwas haben die hier hergestellt. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Na komm, die Tasse nehmen wir noch mit für Magie. Also der Lobotomisierte, der scheint gerade nicht da zu sein, irgendwie. Hat er es vielleicht doch raus geschafft. Ach da! Ha! Nehmen! Also ein Upgrade für den Lichtschalter. Ein O2 Upgrade. Stimmungslichter. Ach, hier waren wir schon. Dort oben waren wir. Jawohl, ja. Munition. Sehr schön. So viele Zigaretten. Hier sind überall so viele Stangen, stangenweise Zigaretten. Ein paar sollten wir wenigstens mitnehmen. Na ja, wenigstens sitzen wir jetzt mal. Unser Toaster, der bekommt auch gar nichts von uns. Da würde ich ja wahrscheinlich so eine Kamera auch mal ganz gerne auseinander nehmen wollen. Ah ja. Okay, hier lohnt sich das wirklich mit den Kronenkorken. So viele Stangen machen. waves沒事. Setz dich vor. Ok. istить sich mal. Die seine haut werde das irgendwas aufgewert. Er wird irgendwo gate бар passiert. Wenn man eben hier geht erstmal, doch dreist impacts haben wir und wird uns noch gar nichts gegeben davon ja so sollte es uns doch gleich schon wieder besser gehen ein moment wir müssen mal ganz kurz auf unsere karte gucken wartet klein jank zieh da weiß ich nicht ob ich da hin möchte vielleicht nehmen wir erstmal den punkt hier oben ganz ganz oben ach die vergessen doch bestimmt dass wir da sind na bis hierhin ging es ja gut das ist doch nicht hier nein das ist weiter weiter weg ganzes stück ein ganzes stück doch da in diese richtung eine brockblume die nehmen wir mit die zweite brockblume die hier wächst die trich und du hat jemand versteckt bösewichter wurden besiegt ja aber freu dich nicht zu früh warum haben wir hier nur zwei teile in so großen säecken das doch normalerweise immer so viel drin und den müssen wir ausschalten oder uns vorbeischleichen wetten dass noch niemand so unbemerkt war wie ich na da bin ich aber gespannt wie das weitergeht mit dir hier drei von denen das ist aber nicht schön schluss mit schleichen jetzt wird gekämpft nichts wie durch einfach durch ein nein irgendwas rotes zwerge die bauen hier irgendwas ab du auch noch hier tut mir leid wir sind schon wieder weg haben wir es jetzt ich glaube wir haben es ja wir haben es wir können also wieder zurück schleichen und wenn wir das überhaupt schaffen aber vielleicht nehmen wir dann doch erstmal ein stimpel dann flippt er unser anzug wieder aus nein wir halten aber schon ein bisschen mehr aus was für diese energie waffen angriffe angeht mich hat es jetzt gewundert wer hat denn den anzug repariert warum ist denn der anzug wieder repariert wir hatten doch gerade ein schutzschild ach ach Moment mal hier sollten wir auch was finden wa warum sind alle so fies hier ja ich mach ja nur du könntest auch ruhig ausschaltbar sein nein waah da kommen sie jetzt alle na dann geht es uns ja doch noch an den kragen gleich ach die ganzen jetzt echt ihr kommt hier alle rein da mag ich gar nicht lesen ha 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 witzig macht immer platz bitte nimm das ich will nicht dass du stirbst das ist aber furchtbar nett das hält dich auf den beinen na ich hoffe mal und kommen wir noch weg hier wir haben keine Stimpaks mehr oh vielleicht bist du mit einem autodock anzug besser dran ich weiß nicht wenn wir da keine Stimpaks mehr haben das war schon nicht so schlecht wo wir waren also rein müssen wir gar nicht das scheint hier vorne irgendwo zu liegen wir haben keine Stimpaks mehr vielleicht bist du mit einem autodock anzug besser dran ah nein ah jetzt sind die alle hier ich verstehe ja ja da ist aber unser ziel glaub ich auch ich kann hier nichts geben die verletzung geben Hey, lass das. Warum wehren wir uns eigentlich gar nicht? Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Na hier, ja, sollen wir uns erst mal folgen, aber ich fürchte, wir kommen hier auch nicht mehr. Doch, wir kommen hier noch raus. Okay. Keine Stimpaks mehr. Meisterschleicheranzug. Du schaffst das schon. Sollen wir uns erst mal so ein bisschen schlafen legen und alles? Die sind ja jetzt sowieso alle da versammelt, da wo wir hin müssen. In dem Häuschen scheint das zu sein, unser Ziel. Oder am Häuschen. Und da sind die jetzt gerade. Wir haben die alle da reingelockt. Das war nicht so gut. Kampf zu Ende. Wir haben keine Stimpaks mehr, oder? Ach, wir haben mehr ausgehalten, weil wir Medics genommen haben. Ja. Ja. Das war's. Einmal durchlaufen. Bis zum Autodock. Einmal durchlaufen, bitte. Beginne Kampf. Nur Spaß. Wollte ich gerade sagen, gar nicht wahr. Keine Stimpaks mehr. Ja, dann aber schnell. Siehst du? Ich habe es doch gewusst. Wir haben keine Stimpaks mehr. Haben wir nicht mehr? Vielleicht bist du mit einem Autodock-Anzug besser dran. Nein, 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 nein. Nein. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Das ist ja ganz klein hier. Da gucken wir doch mal rein. Keine Stimpaks mehr. Keine Stimpaks mehr. x12 unterstützungsanforderung wir hatten kleine probleme mit einem unserer y-17 traumaharnische leider erstickte ein mitglied des x12 forschungsteams spätgesternacht bei der arbeit an einem wildkürbissamen aus irgendeinem grund schaltet sich sein y-17 traum traumaharnisch nicht ab tatsächlich hat er eine fehlfunktion die dazu führte dass der verstorbene mr harris andere mitarbeiter angreift hast du irgendwelche prototypen die du uns leihen könntest um das zu beenden das haben wir aber doch schon gelesen waren wir etwa schon hier drin unterstützung gewährt ich schicke die k 9000 cyberhund pistole rüber das sollte reichen lass mich wissen wenn es irgendwelche fragen zur bedienung gibt er den k 9000 cyberhund waffe wir hatten einen weiteren unglücklichen zwischenfall bei dem versuch mr harris traumaharnisch zu zerstören rutschte das mitglied des katastrophen protokoll teams nein das katastrophen kontroll teams nach dass die waffe trug aus und verlor dabei die waffe unbewaffnet musste das team fliehen und das labor versiegeln leider ist da ein k 9000 cyberhundpistolen prototyp im x12 mit versiegelt worden barb ich dachte hier könne man die versiegelung aufheben irgendwie sollten wir die versiegelung auf geben können sollte klappen da tut sich nichts gerade na wird das ja eine unlösbare aufgabe für uns müssen wir da erstmal die anderen upgrades abgeben scheinbar ja kaum sind wir draußen und im kampf weißt du uns wieder darauf hin dass wir keine keine stimpaks mehr vielleicht bist du mit einem autodock anzug besser dran das zuerst ja bitte schön trinken ist wichtig na welchen lichtschalter auto hatten wir das heißt nicht auto das heißt 02 so stimmungsbeleuchtung erweiterungs holoband erhalten erweitern auf stimmungslichter funktionen und plus zwei charisma plus fünf reparieren plus fünf wissenschaft für drei stunden nach erster bestrahlung hallo noch mal schätzchen hallo kannst du diese lichter für mich an machen darauf können sie witten stimmungs lichter also das was ich gerade sagte mit charisma feilschen und sprache für 3 das ist doch hier was anderes moment mal das war doch was mit reparieren gerade das war doch was mit reparieren gerade stimmungslichter plus zwei charisma plus fünf feilschen plus fünf sprache für drei stunden nach erster bestrahlung nö brauchen wir nicht das ist aber schon eigenartig finde ich haben wir für den toaster vielleicht noch was oh moment wir haben vielleicht hier für die jukebox was was geht ab nein nein schon gut wir sehen uns alles gut war das schon alles hast du noch mehr süße unschuldige küchengeräte für mich ich bin mir nicht so sicher scheinbar habe ich ein paar toaster für dich so so was haben wir denn hier noch einen unschuldigen kleinen toaster komm her ich tu dir nicht weh haha reingelegt oh ja der süße geruch von verschütteten elektrischen innereien die spreuenden dioden dafür lebe ich verdammt nochmal Toaster und geräte verarbeiten eine kamera der tag ist nah ich werde an der spitze meiner armeen reiten und wir werden wie kann ich sie erleuchten wir reden später weiter sicher ich freue mich darauf unsere feinde zerschmettern und dem wimmern der kleinen geräte zu hören ach das ist unser herz das gehirn haben wir noch gar nicht angefangen zu suchen naja gut dann bin ich dafür dass wir hier ein bisschen schrott vielleicht mal ablegen mit dem 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 da sind wir ja immer noch ganz schön schwer beladen aber was haben wir denn sonst hilfsmittel nein aber oh ja richtig die kampfrüstung und so aus versehen ich werde dich vermissen den kaputten können wir nicht anziehen den müssen wir erst reparieren lassen das kostet ganze 15.000 das heißt wir dürfen uns jetzt erstmal eine ganze weile von unserem schönen schicken tornanzug trennen schade oder ja das finde ich schade haben wir aus versehen ausgezogen hätten wir gar nicht machen dürfen um so so naja die trauer hält sich in grenzen 15.000 kronkorken für diese reparatur naja das wäre eigentlich gar kein problem aber wir können ja hier nirgends handel betreiben also müssen wir die 15.000 wohl oder übel zusammenklauben irgendwo her das wird dauern ach war das noch schön als wir hier handel betreiben konnten am anfang waren wir jetzt schlafen ich glaube nein in das x12 forschungszentrum da kommen wir gar nicht rein oder wir müssten unsere waffe umbauen und das mal versuchen haben wir für die buchklappe haben wir für sie nicht irgendetwas bürger wussten sie dass kommunisten ein organ größe bürger bereit aufrührerisches material zu erhalten bleiben sie loyal bürger unter ihren augen haben das salzwasser in süßwasser umwand womit kann ich dienen sir ja da bekommt auch nichts dazu sehr wohl und sie kehren zurück neu neugierig wie ein teddybär hängen sie in einer begrüßungsschleife fest na komm wir atmen einmal durch wenn sie bereit sind werde ich sie radar scannen langsam blop 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 Oh. Danke, Lobotomit. Bitte kommen Sie später zu weiteren Studien wieder, wenn ich ausgeruht bin. Ich bin gerade ein wenig empfindlich. Ja, das gefällt dir. Das ist schön. Bis zu unserer nächsten Interaktion, mein faszinierender kleiner Lobotomit. Manta, jetzt habt ihr hier... Oh, Moment mal, was ist denn... Bäh, mir ist schleierhaft, wie Sie auf solchen Stümpfen stehen können. Ah, das war zu erwarten. Der Lobotomit kehrt zurück. Seine Absicht, Wiederholung. Seine Chance auf Erfolg, hoch. Also, null. Haben Sie irgendwelche erstaunlichen Entdeckungen, die Sie mir mitteilen wollen? Ja, ich habe gerade noch ein paar mehr interne Bauteile in den Monitoren hier entdeckt. Würden Sie meine Entdeckung behalten wollen? Ach, guck. Oh ja, ich brauche mehr wertlose Deckel, um die Handelsfunktion der Zieh oben zu testen. Sie chatten diesen Persönlichkeitschip wirklich ziemlich gründlich durch. Alle Achtung. Ja, unter den Monitoren waren noch ein paar. Bitte sehr. Hilft, Ordnung zu halten. 50. Wir brauchen 15.000. Das ist aber jetzt zu wenig. Naja, dann auf Wiederholung. Also dann, bis zu unserer nächsten planmäßigen Audioübertragung. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Du kannst doch hier nicht sprechen. Wir wollten dir ein Sprachmodul besorgen, Dr. Acht. Und? Dr. Acht. Gibt's was Neues? Ah, hier bekommen wir Comics. Magazine zum Lesen. Sensormodule, okay. Dann haben wir noch andere Fragen. Nein. Bis zum nächsten Mal. So, hier können wir also überall was abgreifen. Der Lobotomit kehrt zurück. Welchen hinterlistigen Plan hat er wohl gefasst? Welche anti-amerikanische Kommunisten-Propaganda wird er verbreiten? In letzter Zeit mal wieder ein paar... Mal wieder blind ein paar Operationen an armen Tieren durchgeführt? Nun ja. Aber hier geht es um Forschung. Danke. Sehen Sie sich die hier an. Man findet sie anscheinend in einigen der Exemplare hier in Big MT. Ich bemerke diese Ergebnisse immer mehr jetzt, da ich weiß, dass ich danach suchen muss. Kommen Sie ruhig wieder. Ich zeige Ihnen meine Funde. Dann bis zum nächsten Mal. Falls es ein nächstes Mal gibt. Für irgendjemanden von uns. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Ach hier. Was machen Sie wieder hier? Die Möbius-Bedrohung ist noch nicht vorbei. Jetzt füllt er sogar unsere Übertragungsspeicher-Holobänder bis zum Maximum. Na dann sind wir mal wieder weg. Ja. Auf nimmerwiedersehen. Unhöfliche Maschinen hier. Unhöfliche Maschinen hier. Bis zum nächsten Mal. Ich sehe fünf Prozent. Mm töten ich mir mal wieder. alle waffen sind bei uns ganz schön kaputt muss ich sagen außer die die buschbüchse na dann mal los ach gottchen mit denen wollen wir uns erst gar nicht anlegen lobotomiten haben wir genug kleidung und alles von denen das muss jetzt nicht sein so Wow, da ist er ja, da ist er ja. Vorsicht. Und was soll ich sagen? Mein Körper wurde verletzt. Na komm schon, lass dich ausschalten. Dreh dich. Yangtze, Lager overall, okay. Nehmen wir mit. Irgendwie ist er gar nicht. Für Königin und Vaterland. Ach, hör doch auf. Ich mag dich ausschalten jetzt, damit wir hier in Ruhe mal gucken können. Ich würde dich so gerne ausschalten. Lass dich mal ausschalten. Darauf steht der Tod. Warum machen wir den nicht einfach kaputt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der kann uns vielleicht irgendwann mal nützlich sein. Ich glaube, der ist jetzt auch unser Anzug wieder ganz schön kaputt, glaube ich. Und wenn du nicht mehr schalen kannst. Ich sehe mich, der ist nicht so ganz schön kaputt. Aber es geht nicht so gut. Ich denke, der ist ein Anzug. Ich bin da nur... Ich bin da sicher. 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 Der wird wohl versucht haben hier sein Halsband abzunehmen Hat vielleicht nicht geklappt Dann schauen wir uns doch hier mal den Protokolleintrag 1 an Die Regierung hat uns heute die erste Lieferung an Dissidenten geschickt Drei ganze Zugladungen voller Kommunisten Infiltratoren Die Hälfte von denen spricht noch nicht einmal unsere Sprache Also mussten wir ihnen mit unseren Schlagstücken zeigen wo es lang geht Irgendwann haben sie es dann kapiert Die Docs reden schon von Forschungssubjekten Nehmen an, dass das der Kriegsführung weiterhilft Und Protokolleintrag Nummer 2 Einer der Gefangenen, der ein wenig unsere Sprache spricht Ich denke, er ist sowas wie der inoffizielle Sprecher geworden Kam heute in das Büro des Kommandierenden und schrie irgendwas über hungrige Geister die sich nachts seine Leute schnappen Der Kommandant hat ihm gesagt, dass er seinen ignoranten Aberglauben aus der alten Zeit aufgeben soll und hat ihn für drei Wochen in den Kühlraum werfen lassen Ich habe ein paar der neuen Roboter gesehen die sie hierher entwickeln die sie hier entwickeln Ich frage mich, wo sie die Gehirne dafür herbekommen Das kann man sich dann ja fast schon denken Protokolleintrag 3 Ein weiterer Fluchtversuch Letzte Nacht Wir haben sie alle zusammengetrieben und die Entflohenen prozessiert Aber die kleinen Mistkerle sind ganz schön entschlossen Wir haben drei Schichten rund um die Uhr im Lager und die Überstunden belasten die Moral Kommandant sagt, dass er eine Anforderung gestellt hat Das Lager als Feldtest für die neuen Totalbeschwichtigungshalsbänder an denen die Wissenschaftler gearbeitet haben zu nutzen Vielleicht kann ich dann verdammt nochmal ein bisschen Schlaf bekommen Elijahs Journal Tag 2 Darum haben wir uns leider gebracht ein wenig Zweiter Tag im Vorkriegskonzentrationslager Haben chinesische Bürger hier vor dem Krieg eingesperrt Strahlung hat sie erwischt Mussten mit Halsbändern im Lager gehalten werden Erklärt, warum ein paar dieser Sklavenhalsbänder existieren Hab mich immer gewundert Ein paar waren ganz klar vor Kriegstechnik Untersuchende Halsbandfrequenzen Haarig Stromkreisarchitektur ist schlampig Dekonstruktion braucht seine Zeit Muss vorsichtig sein Darf nicht von hiesigen Robotern gesehen werden Oder verrückte Hirne aus der Kuppel werden versuchen Mich wieder dorthin zu transportieren Und mich dann erforschen Kein Anzeichen vom Kurier, der vorher da war Er geht mir aus dem Weg Ich ihm Hab über das Sierra Madre nachgedacht Das er erwähnt hat Falls er recht hat Muss ich nur die Casino-Sendefrequenz rausfinden Um es zu finden Würde seine Hilfe nicht brauchen Wenn die funktionierenden Hologramme und das giftige Gas dort erhalten sind Könnte es einfacher sein, sie dort zu studieren Ohne störende Roboter Und diese Ausgabeautomaten Könnte die auch zu was gebrauchen Elijahs Journal Tag 4 Tag 4 Immer noch am Weiterforschen Habe nach ein paar Fehlschlägen Weg gefunden Halsband zu deaktivieren Nur ein paar kopflose Gule War hart im Lager fischen zu gehen Ohne dass einer von ihnen versucht Durch das Tor zu rennen Und sein Kopf explodiert Verdammte Halsbänder Nervös Muss die Mentate Rationieren Krieg Migränen aufgesetzt habe Sollte es überprüfen Um sicher zu gehen Dass ich nicht beobachtet werde Vielleicht Durchklappen-Upgrade Mulchen Mulchen Das ist aber nicht ganz das Was wir gesucht haben Ja Wir nehmen jetzt alles mit Bis wir voll sind Ich bin es leid Immer alles liegen lassen zu müssen Na was geht denn noch Da haben wir noch Elektroschrott Da Sierra Madre Interessant Dass man hier überall schlafen kann Okay Dann glaube ich Wir können mal los Wieder zurück Achtung Pick NT Die Chancen auf einen klaren Himmel liegen bei 95% Dazu stellenweise Artilleriefeuer Elijahs weiterentwickelten Lücknehmen Wie gerne Ach Da geht schon wieder los Irgendwas hat uns entdeckt Obwohl wir so schön schleichen Wir sind ja bald schon wieder Bei der Buchklappe Ja Die Buchklappe wird sich freuen Endlich bekommt sie ihr Upgrade Mulchen Die Buchklappe Ich blöre Untertitelung haben wir Bis zu xico beaut Buchklappe! Sekundärmaterialmulchen. Upgrade-Holo-Band erhalten. Sekundärmaterialmulchen-Funktion wird verbessert. Bleistifte und Klemmbretter werden zu Blei. Ersatzteilen und Klebeband verarbeitet. Grüße, Bürger! Bereit, aufrührerisches Material zu erhalten. Na, dann haben wir doch aufrührerischem Material hier zum Verarbeiten. Fantastisch, Bürger! Legen Sie einfach Ihr aufrührerisches Material in meine Schnittstelle und ich habe sofort ein schönes, sauberes Buch für Sie. Macht Sie das nicht glücklich und fügsam, Bürger? Unglaublich fügsam vor allem. Sie machen heute einen besonders adretten Eindruck, Sir, wenn Sie mir dieses Kompliment bestatten. 35 leere Bücher haben wir dazu bekommen. Ja, was machen wir denn jetzt? Ach ja, da. Du bist ja auch noch da. Oh, bitte! Bitte sag mir, dass du mir ein paar Kaffee-Tassen mitgebracht hast! Ja, bitte. Oh, süße, süße Erfüllung! Ich nehme das so schnell, ich kann für dich auseinander! Na dann, bitteschön. Und du hast aber noch was für uns, glaube ich. Oh, bitte! Bitte! Na dann. Na klar. Niemand hängt gern mit Magi rum. Ich verstehe schon. Bis dann, Kumpel. Ich find den witzig. Ach, hier ist unser Toaster. Hey, hey. Sechs Stunden. Versuch, eine Tasse vom Regatt zu holen. Als ich sie hatte, wusste ich, ich vermöge beide nicht. Hasse mein Leben. Hast du noch mehr süße, unschuldige Küchengeräte für mich? Oh, ich denke, jetzt haben wir eine Menge. So, so. Was haben wir denn hier? Noch einen unschuldigen kleinen Toaster? Komm her, ich tu dir nicht weh. Haha, reingelegt! Oh ja, der süße Geruch von verschütteten elektrischen Innereien. Die spreuenden Dioden. Dafür lebe ich, verdammt noch mal. Ja, immerhin bekommen wir eine Kleinigkeit daraus. Beschädigter Zünder. Aha. Deaktivierte Bombenhalsbänder. Die können wir auch hier reinlegen. Oh. Ach, die Staubsauger wollte er gar nicht. Aha. Aha. Dieser Yangtze-Lager-Overall, mit dem kann man also reparieren. Den behalten wir doch ganz gerne mal. Als Andenken. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach so, das haben wir zweimal jetzt. Elijahs erweitertes Lück. Sind aber beide ziemlich hinüber. Die müssen wir erst mal reparieren dann. Toaster, kannst du nicht? Ich habe hier eine super seltene Mojave Schneekugel. Alles was du tun musst ist, den beiden Brotschlitzen zu greifen. Ach so, der Toaster hat das gesagt. Ha, ja vom wegen. Wie, äh, vielleicht kann er die, 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 diese Powerfaust... Hast du noch mehr süße, unschuldige Küchengeräte für mich? Im Moment nicht. Na, Staubsauger sind auch keine Küchengeräte. Deswegen hat er die Staubsauger nicht haben wollen. Aber wegen dieser super heißen Saturnit-Powerfaust... Wie ich schon sagte, bring mir eine Saturnit-Powerfaust und ich krieg das geregelt. Aha. Nun, nachdem ich dich nicht umbringen kann, muss ich mir wohl deine albernen Fragen anhören. Na, ja, dann muss ich jetzt los. Ja, fliehe vor meiner schrecklichen Macht. Gefährlicher Toaster. Hast du noch mehr süße, unschuldige Küchengeräte für mich? Also nochmal wegen dieser Saturnit-Powerfaust. Wie ich schon sagte, bring mir eine Saturnit-Powerfaust und ich krieg das geregelt. Du meinst, so wie die hier? Oh, Baby! Das ist deine verdammte Schönheit! Gib sie her! Ich verpasse dem Ding mehr Power! Da, bitte sehr! Viel Spaß damit! Verbrenn die verdammte Welt für mich! Ja! Fliehe vor meiner schrecklichen Macht! Ein größenwahnsinniger Toaster. Das ist interessant. So, 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 das ist ja viel besser, wenn wir uns eine neue machen lassen, als die alte zu reparieren. Das ist ja nicht so gut. Die 10 Millimeter ist auch hinüber. Das ist ja nicht so gut. Aber, wir haben noch nicht alle Sachen, die wir brauchen. Pflanzenmaterial zu saftigem Grün verarbeiten. Haben wir schon. Ach, da haben wir ja noch was beinahe vergessen. Sehr schön. Leere Flaschen zu aufbereitetem Wasser. Erweiterungs-Holoband erhalten. Erweitern auf Wasseraufbereitung-Funktion. Leere Flaschen werden gegen Flaschen mit aufbereitetem Wasser ausgetauscht. Ich bin nur hier, um ein paar dieser leeren Flaschen aufzufüllen. Dazu brauchen Sie zunächst einmal ein paar leere Behältnisse. Flaschen zum Beispiel. Nur allzu schmutzig sollten Sie nicht sein. Ja? Okay, dann reden wir später. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie Durst haben. Oder sich... ...waschen wollen. Maggi? Ja, Maggi ist okay. Hat nicht allzu viele Samen, aber hey, nobody's perfect. Ich möchte noch schlafen gehen, bevor wir wieder rausgehen. Und ich würde ganz gerne mal wissen, ob wir hier vielleicht leere Flaschen drin haben. Ja, Brauseflaschen, aber die Brauseflaschen, die sparen wir uns lieber auf. Da können wir Kaktuswasser draus machen. Aber die leeren Nuka-Cola-Flaschen, die könnten funktionieren. Sunset Sarsparilla, die könnten auch funktionieren. Vielleicht sogar leere Whisky-Flaschen. Oh, hallo. Darf's was zu trinken sein? Jetzt möchte ich ein paar leere Flaschen auffüllen. Kein Problem. Aber Sie haben sie doch vorher gründlich gewaschen, oder? Natürlich. Ja, Whisky geht auch. Ja, wenn das so ist, dann können wir doch sicherlich bald hier einen Wasserhandel aufmachen. Ja, Leute. Also, das ist alles gut. den guten amerikaner könnten wir eigentlich wieder mitnehmen aber nein 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 wir gucken erst mal wie wir weiterkommen wir kommen da aber nicht weiter an der stelle ich weiß nicht wie wir da reinkommen sollen vielleicht gibt es da ja doch noch irgendwo einen schalter oder so etwas mal sehen was hat unser pimp boy dazu finden sie die upgrades für die unterstützenden kis des beckens aha hier steht x8 datenbeschaffungstest x8 zwingern so finden sie den schlüssel zu den x8 zwingern schall emitter em impuls waffen upgrade ist erforderlich dafür und dann aktivieren sie den schul datenbeschaffungstest fortgeschritten am x8 test terminal was haben wir denn hier schönes schall emitter upgrade starten sie den fortgeschrittenen schultest am x8 test terminal auch so ja wo finden wir denn dieses schall emitter upgrade wirklich am schultest kaum zu glauben wir gehen da noch mal gucken das ist ja gleich um die ecke nachdem wir geschlafen haben gucken wir uns das noch mal an dr dr hat in der band gesungen Seine Frau hat ihn mit einer Schwester erwischt, spukt jetzt im Med Center, singt immer noch den Blues. Na dann, ist doch gut. Denk Fabrik, ich würde meinen exponentiellen Hass auf euch nicht mal mit Binärcode beschreiben. Ach Spock, also den Schultest sollten wir starten, dann können wir die hier ausschalten. Aha. Ja, auf zur Schule also. Oh, wie schön, wie wertvoll auf einmal alles geworden ist. Auf zur Schule. Schule, Schule. Ja, komm. Die Sachen schmeißen wir mal ganz schnell hier rein. Ach so, du schreibst gerade, Spock, dass man da nur reingehen würde mit genug Muni. Okay, Munition, okay. Ja, haben wir ja ganz klar nicht. Eine zerbeulte Dose nur. Wir haben doch drei aufgesammelt vorhin. Oh, da war das wohl nur eine. Aber zur Schule können wir, glaube ich. Ach so, dann sollten wir das im Pip-Boy vielleicht mal umschalten auch. Schale-Ermeter-Upgrade, oh ja. Dann werden sich ja sowieso andere Türen für uns noch öffnen. Schön. Es besteht eine geringe Chance auf Samenabgabe aus dem botanischen Gersen am Spätenabend. Ja, einer ist schon krass, Spock. Ein Trauma-Harnisch. Der reicht ja schon. Ach, guck mal an. Ich sehe sie. Jetzt mache ich Ihnen ein, Herr Hübe. Der Wissenschaft sind Sie nicht gewachsen. Wohngebiet-Cyberhund-Wachentest. Wir sind ja ziemlich schnell weggerannt. Da haben wir uns auch nicht so richtig umgeguckt. Aber erstmal machen wir diesen Schuldatenbeschaffung. Das machen wir erstmal. Grundlegenden Test wiederholen? Ein fortgeschrittener Test war das doch? Ja. Für diesen Test müssen Sie alles Nötige unternehmen, um drei Schülerakten von einer durchschnittlichen Highschool zu beschaffen. Nutzen Sie das Feldstörungskapazitätsmodul für den Schall-Emitter, um sich im Gebiet besser bewegen zu können. Protektrons und grundlegende Sicherheitsprotokolle sind aktiviert worden. Erfolg. Beschaffen von drei Schülerakten. Fehlschlag. Sicherheitsvorkehrungen. Halten Sie vom Beschaffen der Akten ab. Ach so, Sicherheitsvorkehrungen. Vorkehrungen halten Sie ab. Achtung, Schüler! Dies ist die aufgezeichnete Stimme eures aufgezeichneten Rektors, Dr. Burroughs! Ja, und weiter? Nichts weiter? Haben wir das Gerät denn schon? Haben wir nicht? Nein. Wie es aussieht, haben wir das Ding noch nicht. Ach was, an das Terminal muss ich, schreibst du? Ja, da an dem wir gerade waren wahrscheinlich, meinst du. Joa, warum sollte das auch hier rum... Ach so! Ah! Habe ich gar nicht gesehen, okay. Schallemitter-Daten. EM-Impulswellen-Modul herunterladen. Ganz genau. Da haben wir den Schallemitter EM-Impulswelle freigeschaltet. Der Schallemitter kann Kraftfelder ausschalten. Oh, im Anhang an diese Nachricht finden Sie die Daten, die ich bezüglich des Effekts des EM-Impulswellen-Moduls auf unsere Kraftfeld-Emitter gesammelt habe. Ich schicke Ihnen die Prototyp-Waffe zum Testen. Bitte leiten Sie das an Ohlen weiter, sobald Sie feststellen können, wie wir unsere Emitter gegen den EMP-Effekt dieser Waffe isolieren können. Dr. Kaelis. Ha! Da klappt es! Wow! Bingo! Ja, danke, Spock! Wir sind versteckt. Da speichern wir doch gleich mal ordentlich hier. Sollen wir die mitnehmen? Dino-Spielzeuge. Die wiegen ja nichts. Alex, schönen guten Morgen. Hallo, willkommen zurück. Und wie du siehst, wir dürfen noch mal zur Schule. Okay. Die Hunde. Die Hunde kommen doch nie hier durch. Aber hier können wir mal schlafen. Feinde in der Nähe. Schade. Vielleicht können die Hunde nicht durchgucken. durch das Kraftfeld. Scheinbar nicht. Immer noch Feinde in der Nähe. Ach, was soll denn sonst noch hier passieren? Hier wird doch nicht mehr viel sein. Oh, hoppla. Ah! Ah! Schade. Oh, nein. Ich dachte, wir hätten abgespeichert. Na. Ich dachte, die hätten wir alle eingesammelt, die Saurier. Wer schreit denn hier noch? Wer schreit denn hier noch? Hier ist doch keiner mehr. Wenn mal zum Beispiel,... ... ... Das ist ja auch. Ach, so sind wir gleich wieder ruckzuck voll... Oh, Moment mal. Das ist gar nicht... Ich dachte, wir haben so viel Munition hier drin gefunden. Das hier ist der Werkzeugschrank. Tapentine haben wir da drin. Ja gut, dann... Hey, warum nimmst du gar keinen Schaden? Am Anfang sah das doch so gut aus. Vom Militär war der... Na ja, die halten viel aus. Ach, da ist ja für uns schön was versteckt. Oh, die Tür ist wieder zu. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das Skelett haben sie aber gut dorthin gestellt. Oh, da hält zu viel aus. Wir waren vorhin versteckt, deshalb... Was muss das sein? Was muss das sein? Was muss das sein? Uh! Der findet uns hier doch niemals. Was muss das sein? Was muss das sein? Was muss das sein? Was muss das sein? Okay. Spock, in der Bibliothek von unten auf das Kraftfeld schießen. Oh! Hey! Da rennt noch einer rum. Na ja, vielleicht ist der andere oben oder... noch im Gang da drüben. Äh, nein. Ach, hier waren wir ja schon. leckere Apfel. ... immer noch frisch. Heute gibt es in der Cafeteria... ... 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 Das Ding hat's gemacht. Kurz. Why? Was machst du denn hier? Habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass so einer noch hier rumrennt. Bitte hervortreten und Ausweis vorzeigen. Gesetzestreue Bürger, ab und ab. Wird ja so langsam was. Aber langsam nur. Ganz schön gruselig hier drin. Irgendwie. Keine Angst vor Schulen. Achso, das sind die gleichen nochmal. Na klar. So, Sherry O'Bannons Nachmittagszeitplan. Den kennen wir glaube ich schon. Ballett, Dienstag und Donnerstag, 4 Uhr 30 bis 6 Uhr 30. Motivationsteam. Mittwoch 4 Uhr 15 bis 5 Uhr 15. Freiwillige Nachhilfe. Montag 4 Uhr 15 bis 6 Uhr. Ah, gute Idee. Ja, danke Spock. Ein Geschützturm hat er vorhin so gepankt. Der da oben drauf stand, wie du schreibst. Dann ist der da also runtergefallen. Oh nein. Kommt er nicht? Da waren wir zu schnell jetzt. Ja, vielen Dank Spock. Und danke auch, dass du dabei warst. Und danke für deine Tipps. Vielleicht können wir die Hunde ja doch noch locken. Ja, eine erholsame Nacht wünsche ich dir. Oh, den haben wir zu gut gelockt. Ach, da war zufällig mal eine Tastatur im Weg. Oh nein. Irgendwie war das vorauszusehen. Echt? Spürt man das so? Ich habe das Gefühl, dass es jetzt schlagartig wärmer geworden ist. Guck mal. Gott, der ist aber super schnell. Nein, 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 nein. Oh. Ja, doch, der ist sauer. Okay, ich verstehe es. Ja, der ist sauer. Ah. Und da sind wir aber schön geflogen. Mal. Das ist ja witzig. Die können ja so springen. Die sind ja so munter. Da war irgendwas hinter uns. Ich dachte, wir könnten schon im Kreis immer rückwärts laufen. Ja, hat nicht funktioniert. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Ich habe das. Okay. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Ah doch, man kann sie locken. Wie schön. Ja, aber da müssten wir schneller weg sein dann. Das ist ja fies. Die kommen hier nicht rauf. Ah, aber sie können hochbeißen. Ja, dann haben sie sich eben hochgebissen. Wo war denn dieser Raum? Dieser mit der Tür, mit diesem Gitter da. Der war doch, der ist doch gut. Den bräuchten wir jetzt. Den Gitterraum. Oder wir locken sie hinter uns her und machen ganz schnell die Tür zu, irgendwie. Der Gitterraum, war der nicht oben? Doch, doch, der ist oben, glaube ich. Die sind zu schnell. Autsch. Die Schule ist ein heiliges Unternehmen. Obwohl ich in dieser verhassten Einrichtung schon vor langer Zeit meinen Abschluss gemacht habe, erkenne ich es jetzt ihren Wert und dass sie von Schülerverbindungen und Mädchen verdorben wurde. Oh Mann, oh Mann. Na egal, sie knurren. Vielleicht haben wir ja doch noch irgendwas. Sein Stimpack oder so. Ein saftiges Grün. Ach, ziemlich schade alles. Sind wir verletzt? Die Arzttaschen brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Wir werden gar nicht mehr so verletzt, meine ich. Doch, so ein bisschen am Bein. Das war's, glaube ich, gar nicht mehr. Die lauern jetzt alle wütend, wie sie sind, vor der Tür. Aber wir können ja nicht hier drin bleiben. Der Raum bietet nicht so viel. Schlafen können wir hier nicht. Essen und trinken wird uns ausgehen. Naja, komm. Wow, der auch noch. Habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass der auch noch da ist. So, Betsy Brides Akte. Die haben wir auch schon, die Strafakte. Unentschuldigte Abwesenheit siebenmal. Störendes Verhalten dreimal. Rauchen auf dem Schulgelände. Elfmal. Okay. Aber nochmal, ich wollte eigentlich gar nicht hier rein. Ich wollte irgendwo anders hin. Da war doch so ein Raum. Ziemlich guter Raum. Nein! Aber wo ist denn dieser Raum? Dieser ziemlich gute. Jetzt geht's doch wieder runter. Ah, musste das sein? Das kommt davon, wenn man zu gierig ist. Ah, nein! Nein! Keine Chance. Rennen! Ah! Mach die Tür zu! Nein, 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 nein. Wir haben doch jetzt schon... Mach die zu! Nichts wie weg. Erstmal. Lukas, schönen guten Morgen auch. Ja, da sind wir noch dabei und lassen uns hier von Hunden jagen durch die Horrorschule. Äh, echt haben wir denn nichts mehr. Schönes. Irgendwas, was uns ein paar Trefferpunkte wiedergibt. Ja, Wildwasser. Aber das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Okay, dann das aufbereitete Wasser nochmal. Ach nein, hier sind auch noch welche. Ja, ja, richtig. Und wir müssen noch einen Terminal finden. Und noch irgendwas. Moment. Die Hunde sind hinter uns hergerannt. Hier rein? Ah, nicht ganz. Wäre aber gut, wenn sie hier reingerannt wären. Ach so. Schülakten. Abrufen. Richie Marcus. Zwischenzeugnis abrufen. Zwischenzeugnis von Richie. Ich liebe Bälle. Marcus. Englisch 6 minus, was ja eigentlich gar nicht geht. Mathematik 6 minus, was auch nicht geht. Physik 6 minus minus, was schon mal gar nicht geht. Und Geschichte 6 minus, was auch nicht geht. Darüber habe ich schon mal was gesagt. Ich meine, das geht nicht. Ah, das Testgebiet verlassen schon. Ja, da müssen wir aber hinten raus scheinbar. Ja, da oben ist doch so eine Vault-Tür. Da müssen wir wahrscheinlich raus. So viele Zigaretten in einer Schule habe ich noch nie gesehen. Überall. In jedem Spind. Überall in jeder Kiste ist eine Stange Zigaretten. Bitte weitergehen. Ja, da müssen wir wohl doch da durch. Ich möchte ganz gerne die Hunde-Hunde hier rein locken. Dann die Tür zu machen. Und von der anderen Seite auch. Dann sind die nämlich da im Raum. Und wir hätten unsere Ruhe vor den Hunden. Ja, denkst du. Die sind schnell. Da wäre es einfacher, wenn wir versuchen. Weil wir müssen ja sowieso darauf. Dann versuchen wir eben hier raus. Und Hundis bleiben zurück. Okay. Oh, oh. Weitere Gefahr? Natürlich Gefahr. Die werden uns ja wohl nicht folgen. Ich verstecke mich hier hinter. Geht nicht. Hm. Geld. Oh, die Kaffeetasse für Maggi. Nuka-Cola. Sehr schön. Ja, können wir jetzt mittlerweile alles gebrauchen, was wir hier finden. Oh nein. Ach, den Geschützturm brauchen wir ja gar nicht mehr. Ja. 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 Ja, dann bleibt ja nur noch das hier übrig. Ah, wenigstens sind wir jetzt ein Hacker geworden. Undi. Wo war denn dieser schlaue Raum nochmal? Ja, wir müssen hier jetzt einfach so vorbei. Oh. Oh, 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 oh. Sind wir raus? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aber wir sind nochmal irgendwie am Schleichen einigermaßen wenigstens. aktivieren x8 beobachtungs was beobachtungs terminal jetzt ehrlich haben wir das nicht schon gelesen x8 biomechanische testeinrichtung wir hatten kleine probleme mit einem unserer y 17 trauma harnisch das haben wir gelesen jetzt rennen hier die ganzen trauma harnische mit den leichen rum deswegen und da waren sogar noch ganz andere sachen dabei gelesen haben die wir lesen konnten nichts zum einsammeln was haben wir denn hier das ist die k 9000 der prototyp wir lernen dazu langsam aber wir lernen dazu wir haben uns schon an eine andere waffe gewöhnt auch ich wollte dass du eigentlich haben ist der ausgeschaltete noch an eine andere waffe haben wir uns gewöhnt und so langsam gewöhnen wir uns auch daran kann es den text mehr bei uns zu haben sondern wasser zu trinken dann nehmen wir ein paar leere flaschen also immer mit das ist ganz schön gruselig hier so richtig aus dem schneider sind wir noch nicht denke ich da sind die kartenspielenden hunde und da war gar nichts drin warum kug ich dann da rein noch nichts wie raus hier finde ich da haben wir uns mal wieder für eine runde genug gegruselt moment wir sind doch immer noch in der schule wir gehen doch wieder zurück in die schule jetzt genau ob das so ein richtiger ausweg war ich weiß es nicht was ist die kursche so wo ist die kursche so Direkt in der Ecke immer rausschalten die Dinger. Och. So viele Kronkorken haben wir da übersehen irgendwann mal. Ausgang? Ja, eventuell. Ja. Wird uns so angezeigt. Ich wollte schon sagen. Nichts wie raus hier, aber wo geht's hier raus? Links? Egal, wir gehen, wir sind links. Links, Gänger sind wir. Ja, der Große auch noch. Jetzt mache ich Ihnen ein Ende. Ich, MT, bald werde ich, Dr. Melius, dich kontrollieren. Und die ganze Wissenschaft! Na, bis hierhin haben wir es ja geschafft erst mal. Ach so, da können wir doch... Naja, wir könnten gleich durchlaufen. Aber Spock, du sagtest dir schon, dass wir da reichlich Munition mitnehmen sollten, wenn wir dorthin gehen. Oh, da scheint mir aber ein Hund hinter uns zu sein. Mann, da war gar nichts. Ja. 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 Und die Gesundheit dann wahrscheinlich auch. Moment mal, was haben wir denn jetzt? Ach, wir haben alles mitgenommen. Ich glaube, wir können hier überall was abgeben. Hier, als erstes kriegst du was. Oh, bitte, bitte sag mir, dass du mir ein paar Kaffee-Tassen mitgebracht hast. Oh, süße, süße Erfüllung. Ich nehme das doch schnell, ich kann für dich auseinander. Und, bitteschön. Ja, dann haben wir für die Bruchklappe hier auch noch was. Grüße, Bürger. Bereit, aufrührerisches Material zu erhalten. Ja, sowas haben wir sogar. Bitteschön. Fantastisch, Bürger. Legen Sie einfach Ihr aufrührerisches Material in meine Schnittstelle und ich habe sofort ein schönes, sauberes Buch für Sie. Macht Sie das nicht glücklich und fügsam, Bürger? Vor allem fügsam. Ja, Bleistifte haben wir und Klemmbrette aber auch. Wir haben beides. Grüße, Bürger. Bereit, aufrührerisches Material zu erhalten. Aha. Fantastisch, Bürger. Legen Sie einfach Ihr aufrührerisches Material in meine Schnittstelle und ich habe sofort ein schönes, sauberes Buch für Sie. Macht Sie das nicht glücklich und fügsam, Bürger? Na wunderbar. Bleistifte haben wir noch. Ich rieche. Aufruhr! Oh, Toaster. Für Dich haben wir, glaube ich, auch was. Hast Du noch mehr süße, unschuldige Küchengeräte für mich? Ha. Ja, ein paar Toaster vielleicht. So, so. Was haben wir denn hier? Noch einen unschuldigen, kleinen Toaster? Komm her, ich tu Dir nicht weh. Haha, reingelegt! Oh ja, der süße Geruch von verschütteten elektrischen Innereien. Die spreuenden Dioden. Dafür lebe ich, verdammt noch mal. Ja, dann. Viel Spaß damit. Eine Kamera haben wir nur eingesammelt. Ja, eine Kamera wohl nur. Ach, haben wir für Dich jetzt nicht was geholt gerade? Was geht ab? Scheinbar nicht. Na dann, bis später. Wir sehen uns. Oh, so viel Altmetall. Und dann, bis später. Ach, hier sind ja noch Tassen. Die wollte er gar nicht haben, Maggi. Egal. Ja, der nimmt scheinbar nicht alle Tassen. Müssen schon Kaffeetassen sein, okay. Ach, Sie Ärmster. Kommen Sie, nehmen Sie einen Schluck und waschen Sie sich dieses ekelhafte, klebrige Blut ab. Ja, ja. Erstmal die leeren Flaschen. Kein Problem. Aber Sie haben sie doch vorher gründlich gewaschen, oder? Erst rein. Absolut sauber. Ich bin so gut, dass ich dich durch bloßes Ansehen besamen könnte. Okay, wir werden reich. An Wasser, zum Beispiel. So, ein bisschen nehmen wir ruhig mit. Ich sehe schon, wieder Sachen zum Verkaufen. Hm. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weiß ich einfach nicht. 44er Magnum. Hatten wir sowas überhaupt? Das ist der Trommelrevolver, meine ich. Aber den haben wir doch so gut wie nie benutzt. Elektronenakku, da haben wir 462, das ist viel. Energiezellen, ja, 721 ist auch gut. Aber damit richten wir ja nicht so viel Schaden an Mikrofusionszelle 236. Ja, ich spiele gerade mit dem Gedanken, ob wir nicht den guten Amerikaner besser mitnehmen sollen. Ich glaube schon. Wenn Sie noch keine Kommunisten in Ihrem Hinterhof gefunden haben, dann suchen Sie nicht gründlich genug... Ah. Da haben wir doch noch was gefunden. Elijah's zusammengeflickte Tesla-Kanone. Ja, aber das ergibt alles nicht so viel Sinn. Da wir in Energiewaffen eben so gut wie gar nicht geskillt sind. Wie sieht's aus mit unserem guten Amerikaner? Was kann der? Boah, der ist noch relativ in Ordnung. Haben wir denn einen Zünder dabei? Ja. Hallo, Maggi-Fan of Stuff. Sei gegrüßt. Willkommen. Ja, den Zünder haben wir. Den Polizeiknüppel brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, aber ansonsten werden wir es schon schaffen. Ach. Na ja, das ist ja nicht weit, wo wir da hinwollen. Hm? Tja, da ist wohl schon einer. Da auf der Treppe hockt er. Was hat er denn da für ein Gewehr? Ja. Vielleicht einen Flammenwerfer. Doch, ist er alleine oder wo sind die anderen? Ja. Also ich stelle mir das so vor. Das Zeug fällt runter und wir zünden das einfach. Und der da unten ist hinüber. Könnte doch sein, oder? Gut, das Zeug fällt schon mal nicht runter. Oh, beide sind ausgegangen. Das ist aber schade. Ich dachte es würde nur eins ausgehen. Dann können wir das mit dem C4 wahrscheinlich sofort knicken. Ich glaube nicht, dass das noch funktioniert. Ah-ha. Oh nein, das ist kein Flammenwerfer. Schade. Okay. Die Waffe ist total hinübergreifend. Fuss. Oh. Ich bin kein Flammenwerfer. Schade. Wah! Nein! Wah! Nein! Wah! Hahahaha Ah, jetzt echt? Ach, wie sollen wir das denn? Ach, der hatte auch so eine Hundewaffe! Da ging aber eine Tür auf jetzt. Da können wir doch unsere mit reparieren. Na. Ich weiß ja nicht. Oh nein. Das wird zu lange dauern. Oder? Ach, so geht das doch nicht. Egal, alles rein jetzt. Eieieiei. Nee, ich glaube nicht, dass wir das so hinbekommen. Aber wissen kann man es nicht, oder? Die Waffe ist nachgeladen und... Ach, ehrlich? Ach, ich habe da noch nicht. Ach, das ist aber... vielleicht hatten wir ja Glück hier so mit dieser Ecke meine ich na wie viele sind denn da noch weiß das jemand ich meine da sind immer noch zwei aber vielleicht auch nur einer der stand noch eine tesla kanone na endlich wir haben ja schon eine aber zum reparieren da ist das doch gut zu wenig munition ach was haben wir denn hier schönes lichtschalter 0 1 upgrade intelligente lüchter jetzt sollen wir also die upgrades im becken installieren oder gibt es noch irgendetwas zu entdecken hier vielleicht ach munition wie schön sogar die richtige und wie viel gleich wer weiß was da noch passiert einer ist doch noch da oh ja oh na was hatten wir vorher für ein problem keine munition die ganze zeit naja gut viel munition hier für energiewaffen haben wir aber ach so das hat jetzt wahrscheinlich auch nur funktioniert weil wir psycho genommen haben und so ach was sehe ich da ein gesunder apfel den nehmen wir noch mit so dann wollen wir aber auch mal sehen dass wir hier wieder rauskommen da hat sich doch was bewegt ach das ist unsere waffe immer interessant wir mit unserer ghostbusters waffe hier oh lichtschalter oh magie erstmal der lichtschalter das ist lichtschalter 2 das ist lichtschalter 1 intelligente lichter erweiterung solo band erhalten erweitern auf intelligente lichter funktion plus 2 intelligenz plus 5 reparieren plus 5 wissenschaft für drei stunden nach erster bestrahlung ja aber das wurde uns vorhin auch schon gesagt plus 5 reparieren nämlich und nachher als wir geguckt haben war das gar nicht wie kann ich sie erleuchten kannst du diese lichter für mich an machen im gegensatz zu anderen lichtschaltern bin ich kompetent ich schalte sehr gern das licht für sie ein ach das ist ja schön jetzt haben wir zwei optionen also intelligente lichter also plus 2 intelligenz plus 5 reparieren jetzt klappt es doch plus 5 wissenschaft für drei stunden nach erster bestrahlung und stimmungslichter plus 2 charisma plus 5 feilschen plus 5 sprache plus 3 für drei stunden nach erster bestrahlung auch naja wir oh nein ich wollte es gar nicht wie kann ich sie erleuchten das geht nur einmal glaube ich ich wollte eigentlich raus ach egal sicher ich freue mich darauf na komm wir haben ein fotoapparat für dich hast du welche nein wie sieht es jetzt aus und jetzt jetzt erlöschst du mich jetzt aus meiner her und jetzt wo ist er hier ja und bitteschön nein der toaster ist hier wir haben doch irgendwo einen fotoapparat eingesammelt hast du noch mehr süße unschuldige küchengeräte für mich wobei im moment mal ein fotoapparat ist der nicht unbedingt ein küchengerät aber egal so so was haben wir denn hier noch einen unschuldigen kleinen toaster komm her ich tu dir nicht weh ha 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 reingelegt oh ja der süße geruch von verschütteten elektrischen innereien die spreuenden dioden dafür lebe ich verdammt nochmal und bitteschön da eine kamera ganz genau für den guten amerikaner haben wir wieder zu wenig munition schade ach getling laser ja getling laser ist okay aber wir sind ja nicht geskillt wir haben ja nichts auf energiewaffen ich glaube den lassen wir jetzt auch mal hier aber die waffe hier ist doch gar nicht so schlecht naja sehr viel munition haben wir jetzt auch nicht mehr sehr viel dafür und das dingen wiegt richtig fast 30 pfund naja egal das nehmen wir mal mit moment wir haben doch auch bleistifte und so etwas gesammelt größe bürger bereit aufrührerisches material zu erhalten ja ich denke das machen wir jetzt auch zum letzten mal für die nächste zeit fantastisch bürger legen sie einfach ihr aufrührerisches material in meine schnittstelle und ich habe sofort ein schönes sauberes buch für sie macht sie das nicht glücklich und fügsam bürger und wie hier haben wir bleistifte einen bleistift mehr wahrscheinlich größe bürger bereit phant mal sch 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 Das war's für heute. das ist immer noch viel zu viel gewicht was wir da und mit uns herum tragen aber das können auch nicht alles nur hilfsmittel sein ach das ist munition und wahrscheinlich auch noch munition die wir dann gar nicht brauchen die 44 hier die brauchen wir zum beispiel nicht die fünf millimeter eigentlich auch nicht würde mich wundern wenn wir da noch mal eine waffe finden jetzt hier elektronen akku ich glaube auch nicht dass wir davon so viel mit schleppen müssen oder doch nein für welche waffe denn wir haben doch dafür gar keine waffe der schall emitter hier der braucht energiezellen aber keine akkus das ist aber auch übertrieben viel mikro fusionszellen wofür brauchen wir die dann eigentlich doch auch nicht meine ich ja auch wunderbar so gefällt mir das schon besser so können wir raus und schön viel sammeln so liebe welt da draußen dann gucken wir doch einmal was wir als nächstes so in angriff nehmen aber erst mal gehen wir dann natürlich schlafen vorher meinen erst mal gucken wir bevor wir das in angriff nehmen gehen wir erst mal schlafen finden sie den schlüssel zu den x8 fingern schall em impulswellen upgrade erforderlich da waren wir doch vorhin erst feldforschung finden sie alle audioproben für die jukebox ja ich glaube wir machen erstmal die feldforschung alle audioproben finden für die jukebox das werden wahrscheinlich so einige sein ich glaube wir haben ja erst mal zwei oder eine war von vornherein schon dabei wir haben dann nur eine gefunden eine runde prüfen und dann geht's los was würde ich umgeben radio new vegas zu hören die haben es echt drauf grab 5 dann hin 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 Ja, da müssen wir aber erst mal auf die Karte gucken. Das ist doch nicht richtig, Eingang zur Kuppel der verbotenen Zone. Da wollten wir doch noch lange nicht hin. Nein, das kann es doch nicht sein. Ja doch, die Audioproben für die Jukebox sind wahrscheinlich in der verbotenen Zone schon. Ja dann, Planänderung, dann machen wir doch erst mal das hier. Ich bin mir sicher, dass man nachher sowieso hier überall hin und her rennen kann. Dass man also hierher zurückkommen kann. Ja, okay, komm, wir machen das jetzt. Dann sind wir hier fertig in der Ecke. Denkt man so. Muss ja nicht unbedingt so sein. Ach, schon wieder so ein Ding. Wow, wieso haben wir denn nichts auf drei im Moment mal? Ja, das sollte auf drei sein eigentlich. Ja, das sollte auf drei sein eigentlich. Ja, das sollte auf drei sein. Oh, ich bin mir fertig. Okay. Okay. Okay, okay. Ich bin mir da. Ja, das sollte auf drei sein. Oh nein. Okay. Einen Moment mal. Das ist gar nicht richtig hier. Ich dachte, wir müssten hier rein. X13 Forschungseinrichtung. Ach, wir müssen den Schlüssel finden für das Forschungszentrum. Ja, 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 sind wir falsch gelaufen hier. Och, ist ja auch mal schön. Ja, aber hier oben sind die beiden nicht mehr. Der ist aber wild. Nein, niemals. Moment. Noch mal? Möchtest du noch mal? X13, da sehen wir es doch schon. Das schaffen wir doch bestimmt jetzt. Oh nein. Oh nein. Ich kann sie schon hören. Weg sind sie. Ach so. Das heißt gar nichts. Ende. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mitgal. Ja. . Nun gut, ich glaube nicht, dass wir sehr viel mehr von hier noch brauchen, also geht's wieder zurück. Zeit für Gewalt! Nein! RoboSkorpion, los! Oh, hier ist ja noch irgendwas interessantes. Na, ob die es hier rauf schaffen? Oh-oh! Oh! 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 Okay. Benötigen Sie sonst noch etwas? Na schön. Ein sehr guter Entschluss. In Ordnung. Ich muss nur die alte Benutzeroberfläche für Sie starten. Einfache körperliche Untersuchung. Karl Wilhelm, willkommen zurück. Ich hoffe, du bist gut ausgeschlafen. Nicht so wie ich. Und können wir denn was kaufen? Der hat doch wieder nichts. Sehr wohl, Sir. Und er hat... Ja, die Sachen, die wir ihm verkauft haben... Immer noch Grundierungs- und Puderpack. Irgendwann werden wir es mal brauchen. Oh ja, Karl Wilhelm, ja, die Wärme, die macht mich auch ganz kolone. Ja, vor allem die hohe Luftfeuchtigkeit, denke ich. Das ist wohl das, was so schwierig ist. Nein, er hat auch keine Munition reinbekommen. Der kriegt hier einfach nichts mehr. Der hat den ganzen Krempel, den er vorher auch schon hatte, hier. Liebe Becher, so sehr. Ich könnte dich gerade umbringen. Ach, ja richtig. Wo bist du denn? Hier bist du ja. Oh, bitte. Bitte sag mir, dass du mir ein paar Kaffee, das mitgebracht hast. Schöne Teller diesmal. Hier. Oh, süße, süße Erfüllung. Ich nehme das so schnell, ich kann für dich auseinander. Ach, elektronische Komponenten hast du wieder? Ja, dann nehmen wir das erstmal. Aber, aber Moment, wir haben auch was für dich. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Hallo. Oh, bitte. Bitte sag mir, dass du mir ein paar Kaffee, das mitgebracht hast. Aber klar. Oh, süße, süße Erfüllung. Ich nehme das so schnell, ich kann für dich auseinander. Bitte schön. Ja, mit der Wärme. Ich frage mich sowieso, wie lange das dauert, bis man sich daran gewöhnt hat. Ich meine, so im Hochsommer wird es ja noch wärmer. So was um die 30 oder über 30 Grad. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es in diesem Jahr besonders anstrengend ist. Das kann ich mich nicht daran erinnern, dass das im letzten Jahr auch so anstrengend gewesen wäre. Naja, in den letzten drei Jahren habe ich das wahrscheinlich etwas konsequenter durchgezogen. Tagsüber zu schlafen und nachts dann zu arbeiten. Aber bei so einer Hitze kann ich auch nicht schlafen. Bücher haben wir ja auch noch, Vorkriegsbücher. Ach, egal. Wir können ja nicht jedes Mal hier die Sachen abgeben. Wir sammeln die einmal, bis wir so einen ganzen Batzen haben und dann geben wir die ab. Ja, das ist doch sinnvoller, denke ich mal. Das lecker Bier nehmen wir mal mit. Den frischen Apfel auch. So viele Lasergewehre und Pistolen. Ja, die müssen wir auch nicht mit uns herumtragen. So sieht das doch schon besser aus hier. Ja, ich denke so ziehen wir jetzt mal los. Ja, ich denke so. So warm schon. 30 Grad, schreibst du, Karl Wilhelm, in der Schule. Also im Raum, im Klassenzimmer 30 Grad. Im Schatten draußen 32 Grad. Naja, da weht vielleicht ab und zu mal ein Lüftchen. Aber nein, ich glaube, das ist auch noch das Problem, dass hier wirklich gar kein Wind geht zur Zeit. Also bei uns hier zumindest. Die ganze Nacht war es windstill. Ja, und dann in der Sonne schreibst du 38 Grad. Gibt es da kein Hitzefrei? Achso, es gibt kein Hitzefrei mehr. Ja, ich glaube, wir haben noch die letzten Atemzüge vom Hitzefrei miterlebt damals. Wenn mich nicht alles täuscht, ich kriege das nicht mehr so ganz auf den Schirm. X8 Datenbeschaffungstest. Lassen Sie das ungewöhnliche Exemplar im Testbereich frei. Und das machen wir jetzt. Ein ungewöhnliches Exemplar im Testbereich freilassen. Interessant. Ach, der ist doch immer hier. Warum geht das wieder nicht? Warum geht das wieder nicht? Das ist doch... Das ist doch nichts. Warum geht das nicht? Ich sag doch drei. Habe ich das nicht vorhin auch schon mal zugeordnet? Geht doch. Jetzt aber speichern. Nicht, dass das nochmal nicht geht. Verkürzten Unterricht gibt's noch. Ach, das ist mir egal. Die können doch nicht schneller rennen als wir. Oder können sie? Die sind schon nicht langsam, aber... Nein, ich werde da jetzt... Ich werde die nicht angreifen. Die sind mir egal. Hier drin haben wir wieder Skorpione. Können wir den nicht ausschalten? Ja, klar. Ja, klar. Da glaube ich, wir sollen hier zu den Cyberhund-Wachen-Tests... Da glaube ich, wir sollen hier zu den Cyberhund-Wachen-Tests... Wir sollen hier irgendetwas freilassen. Aber was? Ich wollte da oben drauf springen, aber die wollten mich nicht lassen. Wir können hier nichts freilassen. Hier ist alles tot. Nein, 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 nein. Wir müssen erst mal gucken, was wir hier machen können. Ach so, das war nur in der Grundschule. Ja, dann... Also Hitzefrei gab's nur in der Grundschule, schreibst du. Ja, auch soweit. Ja, ich hab's verdrängt. Da hab ich nicht mehr so viele Erinnerungen dran an die Grundschule und Schule. Abitur hab ich noch ein bisschen. Ein bisschen. Na ja, daran kann ich mich noch relativ gut erinnern. Doch, doch. Allerdings schwindet das auch so langsam schon. Ich muss da echt überlegen an meine Kommilitonen, wer da so alles mit dabei war, wie die Namen waren. Also ein bisschen Kontakt hat man ja noch zu einigen Leuten, aber... Wird auch immer weniger mit der Zeit. Und reparieren wir die? Ja, warum eigentlich nicht? Ach, da haben wir ja wieder so ein... Valenzradii Akzentuator. Ah ja. Kaputt aber. Ach, da haben wir zwei kaputte schon. Wir haben hier eine einfache Lück. Einfach nur Lück, heißt die? Ja, zum Verbessern nachher. Na, da gucken wir doch erstmal, was wir jetzt hier nochmal ganz genau machen sollen. Und... Aufgaben. Aufgaben. Lassen Sie das ungewöhnliche Exemplar im Testbereich frei. Ja, gerne. Aber ich glaube, dass... Das ungewöhnliche Exemplar ist tot. Das liegt da unten, glaube ich. Aber vielleicht ist in diesen Häusern ja noch irgendetwas zu finden. Ach so, versteckt sind wir. Ja, das ist praktisch. Warum brennen denn die ganzen Häuser hier? Waren das die Skorpione gerade? Naja, das Haus, auf dem wir gerade sitzen, das brennt nicht. Zufällig. Ich möchte mich so gerne anschleichen. Und die deaktivieren am liebsten. Die hocken wahrscheinlich alle da vor dem Haus. Wahrscheinlich müssen wir genau in das Haus. Den guten Amerikaner haben wir zu Hause gelassen, meine ich. Und was die hier wohl kann? Ja, wir können da nichts. Dann nehmen wir lieber hier den Cyberhunt. Da richten wir doch sicherlich ein bisschen mehr Schaden mit an. Dachte ich, machen wir gar nicht. Und da. Da한데 ich... Da. Ja. Da. 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 Och, die gehen ja weg hier, die Patronen. Achso, schon kaputt die Waffe. Ja gut, dann... Versuchen wir es mal über die Buschbüchse hier. Auch nicht so gut, dann diese vielleicht. Auch nix. Ja, was machen wir denn dann? Eigentlich nicht schlecht, aber richtet zu wenig Schaden an für meinen Geschmack, das Teil. Und es gar nicht explodiert. Zum Schluss. Okay. Okay. Gabes Grabungsort. Gabe liegt da drüben irgendwo. Warum haben die Skorpione hier eigentlich Steelscroy dabei? Das verstehe ich ja nicht so ganz, was die damit wohl wollen. Dann gibt es nachher noch getarnte Skorpione vielleicht. Das könnte ja sein. Da sind nicht so schön. Was ist das? Ja, und weiter? Ich glaube, ich weiß jetzt auch nicht mehr, welches Haus das war. Hinter dem hier noch was zu finden war. Enklavesoldat! Schönen guten Morgen! Schön, dass du wieder dabei bist. Na nun? Na ja, das ist das. Ach, die zwei Teile. Na ja. Die können schon mal was ausmachen. Ganz schön groß, war dieser Gabe. Na nun? War nicht richtig hier. Ach, von wegen. Na, hier sind wir in der Schule. Das ist ja auch nicht richtig. Spürt die volle Macht des Arsenals meines Robos. Schnell auf den Tisch. Ungewöhnliches Exemplar freilassen. Aber erstmal wollen wir was lesen darüber. Erstmal wollen wir ein bisschen was erfahren, was es da so gibt. Versandabteilung, ungewöhnliche Lieferung. Dr. Richardson, wir haben gerade die letzte Lieferung Hunde für den Cyber-Hunde-Experiment-Prozess erhalten. Aber nun, ganz ehrlich, ich glaube, dass uns unser Lieferant beschissen hat. Die Tiere sind ganz einfach wild. Und jedes Mal, wenn wir in die Nähe der Versandzwinger kommen, fangen sie an, grauenhaft zu zischen und... Na ja, klappern. Klappern ist das einzige Wort, das mir dazu einfällt. Bitte um Anweisung. Sollen wir die Zwinger öffnen oder sie einfach zurückschicken? Das haben wir schon gelesen. Dann haben wir den Rest wohl auch alles gelesen bezüglich der Verriegelung. Ja, das haben wir. Dann lassen wir das ungewöhnliche Exemplar mal frei. Uh! Cyber-Hunde freilassen. Aktivieren Sie die Schuldaten... Schuldaten-Beschaffungstests. Nochmal was Schwierigeres. Okay, Cyber-Hunde freilassen. Na ja, gut. Nein, wir sollen das ungewöhnliche Exemplar freilassen. So. Nicht die Cyber-Hunde. Ja. Jetzt sollen wir grundlegend nochmal machen. Ach, danke schön. Na, das war ja klar. Okay, dann gehen wir hier doch etwas anders vor. Und versuchen die... versuchen uns erstmal durchzukämpfen ein wenig. Na, wie sind wir denn gerade gelaufen? Das war doch hier. Da war die Tastatur wieder im Weg. Oh nein. Ja, so wird das nichts. So, freilassen. Und nichts wie weg von hier. Jetzt mache ich Ihnen ein Ende. Wir leuchten ja auch die ganze Zeit hier. Ah! Nein, 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 nein. Was haben wir denn hier jetzt? Das wollte ich gar nicht. Ja. Oh, wir sind in X-8 gerade. Karl Wilhelm in X-8 und... Oh. Wir sollen hier ein ungewöhnliches Exemplar freilassen. In der X-8 Datenbeschaffung, den X-8 Datenbeschaffungstest. Lassen Sie das ungewöhnliche Exemplar im Testbereich freilassen. Ja, und dann geht es wahrscheinlich auch nochmal zurück zur Schule, vermute ich mal. Lass mich durch! Lass mich durch! Ach, das gibt doch wieder nichts. Ist hier irgendwas drin zum Essen oder so? Nein, Terpentin. Ach, da haben wir wieder den Salat. Haben wir wirklich nicht noch eine Kleinigkeit? Irgendwas, was uns heilen kann. Robo-Skorpion! Greif an! Ja, sieht nicht so danach aus. Fleisch und Bohnen. Na ja, besser als nichts. Na so vielleicht. Aktivieren Sie was? Den Test nochmal. Grundlegenden Test wiederholen. Ja, stand da, ja. Und jetzt wieder ins Testgebiet. Oh nein. Achtung, Schüler! Dies ist die aufgezeichnete Stimme eures aufgezeichneten Rektors. Dr. Burroughs! Oh nein. Jetzt wird's erstmal richtig interessant hier. Na, die Schall-Emitter-Daten, die haben wir schon, denke ich mal. Boah, was ist denn unser Ziel jetzt gerade? Na klar, die Sachen sollten alle leer sein diesmal. Na ja, Ziel wird's sein nochmal, die ganzen Sachen zu holen. Besorgen Sie die drei Schüler-Akten von den Schreibtisch-Terminals in der X8-Schuleinrichtung. Aber mit dem ungewöhnlichen Exemplar jetzt draußen am rumrennen. Na gut. Ja, nicht nur ein ungewöhnliches Exemplar, wie es aussieht. Ja, aber... Ach so. Ja, das scheint mir da aber nicht durchzukommen. Ein Geschützturm steht diesmal auch woanders. Schüler-Akten abrufen. Okay. Sherry O'Bannon's Stundenplan. Mal gucken, was der Gute gemacht hat die ganze Zeit. Kennen wir das nicht schon von einem anderen Terminal? Ballett, Dienstag und Donnerstag, 4.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Motivationsteam, ja, hatten wir schon. Mittwoch von 4.15 Uhr bis 5.15 Uhr und freiwillige Nachhilfe Montag von 4.15 Uhr bis 6.00 Uhr. Haben wir das runtergeladen? Ja. Ein Terminal ist oben. Ah, das hätte man sich ja auch denken können. Dass die das jetzt sind. Sind die dann sehr viel stärker als andere? Oh, da ist ja nicht mehr viel drin. Die Buschbüchse bringt jetzt auch nicht, glaube ich, so viel. Die Panzerbüchse wäre schön. Na, zu wenig. Zu wenig Munition sowieso wieder. Das alte, das alte Problem ist das wieder. Wir sind da, haben aber zu wenig Munition. Hey, wer hat das da reingetan? Das haben wir letztens nämlich schon rausgeholt. Wir sind da, haben wir letztens schon rausgeholt. Machen wir das so wie beim letzten Mal. Vielleicht klappt das. Dass wir uns hier einfach so durchschleichen können. Ein Roboter war hier noch irgendwo. Ein Protektron. Ach so. Oh, da haben wir das wieder. Schülerakten abrufen. Betsy Brides Akte abrufen. Die Strafakte, die kennen wir schon. Nee, Granaten haben wir auch nicht, Karl Wilhelm. Und auf Sprengstoff sind wir auch miserabel geskillt. Ausgerechnet kein Sprengstoff-Skill und auch kein Energiewaffen-Skill. Leider haben wir nicht. Na gut, da unten können die ja ruhig wild werden. Der nimmt überhaupt gar keinen Schaden. Schubs uns nicht hier runter. Hey, du sollst uns nicht hier runter schubsen. Ich will nicht hier runter. Nein. Ich dachte gerade, ich kann ihn so ganz elegant erschießen. Na gut, dann eben nicht. Aha. Der ist schon durch die Tür durch. Nein. Nichts mehr mit Schleichen jetzt. Da. Die können keine Türen öffnen. Boah. Na, Wein bringt jetzt auch nichts. So lange die da unten sind, sind sie nicht hier oben. Oh, Moment. War hier nicht? Hier war nichts. Hier war nichts. Gleich weiter. Warum ist die Tür hier zu? Du, die ist doch Sonnenzimmer geöffnet gewesen. Die war doch Sonnenzimmer offen, meine ich. Am Ende der Halle werden Bälle aufbewahrt. Für Schwarz kann uns die Bälle nicht... ...werbarten und Schuhe aus. Ich bin nicht bezüglich. Ach, ehrlich? Was ist mit Betsy? Wir haben noch da... Naja, egal. Da müssen wir öfter sprechern. Was war hier? Ein Buch. Ach. Finden wir doch auch immer Sunset Sarsars Barilla. Oh nein. Das kam mir so hell vor gerade. Ja, der letzte ist entweder unten oder ich vermute da diesmal die Monitore woanders stehen, als bei den letzten zwei Versuchen hier. Aber darum vermute ich mal, dass die... Hier oben ist der nächste Monitor. Ach so, wir sind gleich schön überladen. Uh. Gefährlich. Na gut, Sunset Sarsars Barilla haben wir... Ach, wie kann das Viech denn? Das hat uns gewittert. Hm. Hm. Oh, oh, oh. hallo tobias ach was karl wilhelm schule heute ist doch feiertag heute ach so ist ja nicht überall ja so feiertags versuche ich immer zu streamen und versuchen wir mal hier durchzukommen ob der uns wohl sieht das war keiner mehr die sind hier besonders wild warum sind wir so langsam damit sonst sind wir doch so schnell damit das ding ist kaputt glaube ich kommen den einen kriegen wir doch hier mit dieser super schnellen waffe ja also los haben wir ihn jetzt verletzt oder hat er uns verletzt der ist gar nicht mehr da nein wieso können wir danach rüber fallen verstehe ich nicht ja ja so ein geländer ist vielleicht ein bisschen zu niedrig da kann man rüber fallen total gefährlich so was ach da war vielleicht auch eine lücke die sind ja viel schlimmer als die draußen ja das ist kein gutes versteck hatten wir doch schon das thema hier ja tobias eine schrotflinte ist eine gute idee aber hier in der gegend finden wir sowieso keine munition vor allem finden wir hier munition für energie die waffen das ist das gerade sonst hätten wir wahrscheinlich gar kein großes problem wenn wir hier mit der panzerbüchse oder mit dem präzisionsgewehr hier irgendwas reißen könnten dann wäre das schon einfacher aber wir bekommen jetzt hier in diesem dlc leider genau die waffen die wir normalerweise nicht so gerne benutzen also die bush büchse hier vielleicht die kann noch ein bisschen was aber so auf diesem engen raum die sind alle zu stark die gegner hier für uns ja wir hätten mehr auf auf energiewaffen auch skillen sollen bevor wir hier reingegangen sind aber gut alex hat es uns ja gesagt oft genug aber aus irgendeinem grund haben wir es nicht gemacht hört sich gefährlich an so was haben wir denn ein computer noch wenn er wieder in der ecke steht da hinten ja zwei haben wir unten gibt es noch einen raum ja also einen gegen einen kommen wir an am ende der halle werden bälle aufbewahrt für schwarz kanonen die bälle mögen wie richie marcus hörst du mich betzig richie mag bälle vielleicht können wir uns ja einfach so durchschleichen hier na leider gucken sie genau in die falsche richtung das ist zu wenig wir haben hier ein magazin wir haben noch 50 munition 50 das ist wie viel für einen für eine nacht pierre brauchen wir schon drei vier magazine so ungefähr also richtig haben wir jetzt gar keine waffe gegen die die faust wenn wir sie einzeln kriegen aber ist auch nicht so gut wir haben ja nichts mehr womit wir uns heilen können und die sind ja doch hier scheinbar stärker als die draußen ach komm schon hier ist keine tür hier ist keine tür hier ist keine hier ist das das ist ja schon nicht falsch das ist ja schon nicht falsch ok jetzt weiß ich bescheid jetzt weiß ich wie wir das machen granate haben wir leider nicht oh nein und auch nicht geskillt granaten haben wir auch nicht geskillt so also sprengstoff ist auf 20 oder irgendwas so ganz niedrig geskillt ne müsste schon höher sein mittlerweile haben wir da auch ein paar punkte drauf gegeben so na also und jetzt naja jetzt sind wir erstmal hier ist doch schön hier so eine waffe haben wir die sind gar nicht so dumm die sind gleich abgehauen ein luftgewehr stand da in der ecke ja das haben wir beim letzten mal übersehen die hunde die waren nicht so schlau nein die hunde sind hier direkt rein gekommen und standen hier vorne und haben sich hierdurch dann abschießen lassen hallo pulp fiction ja mir geht's gut erstmal und freut mich dass du her gefunden hast ja den teaser habe ich noch nicht gesehen da habe ich auch erst als wir den livestream hier gestartet haben zum ersten mal davon gehört wobei den anzug habe ich schon vorher gesehen aber ich war mir jetzt nicht so bewusst dass das zu einem neuen teil gehört ansonsten bin ich natürlich sehr sehr neugierig und freue mich schon drauf aber es ist ja auch noch ein bisschen zeit bis dahin wenn das wirklich ende 2019 rauskommen soll ja nochmal ich wundere mich dass bei fallout 4 dass da so ein hehl drum gemacht wurde und das wirklich so kurzfristig erst bekannt gegeben wurde dass fallout 4 rauskommt und dass das jetzt schon anderthalb jahre vorher bekannt gegeben wird das wundert mich ein wenig was da wohl hinter steckt ja was sollen wir denn jetzt machen wir brauchen irgendetwas was uns heilt hier ja und es wundert mich dass so schnell noch schon wieder ein nachfolger rauskommt aber es ist ja anscheinend dann nicht fallout 5 es ist dann scheinbar ja vielleicht doch so was wie new vegas also nicht teil 5 sondern so ein ableger davon vielleicht ja wir können ja leider nichts groß essen wie das aussieht doch den nachtpierscher schwanz ja ok wir haben ja nichts anderes dann ist man auch so was schon mal ja ansonsten mehr haben wir wirklich nicht jetzt aber dass die so schlau sind hätte ich jetzt nicht gedacht los verhaltet euch mal ein bisschen wie hunde machen sie nicht und wir können da vorne die tür auch nicht schließen aha na also seht ihr mich nicht können wir denn hier nicht durchschießen sieht so aus aber könnten wir sogar da der monitor ist weg also ist das gar nicht hier wir müssen wo ganz anders hin nach unten dann wahrscheinlich wieder in den klassenraum ja dann was machen wir überhaupt hier am besten wir rennen wieder ach komm sonst sitzen wir hier nein wir haben uns eingesperrt jetzt hier kommen wir wieder zu den skorpionen ja oder in der bibliothek war diesmal auch kein da haben wir gar nicht geguckt unten da könnte da auch sein der computer ja aber hier ist diesmal nichts verflixt ja 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 einfach nicht beißen lassen vorbei rennen und nicht beißen lassen einfach ignorieren was haben wir denn vorhin gegessen was haben wir denn vorhin gegessen diesen nachtpirscher schwanz das war's mehr haben wir nicht ja 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 ich überlege mir auch habe ich mir den teaser überhaupt angucken soll oder ob ich mich da einfach überraschen lassen fallout 76 ja was werden wie hat ihr der teaser den gefallen halb fiction ja hallo silvester movies ja eigentlich ja nicht überall also ist ein katholischer feiertag also in nordrhein-westfalen haben wir einen feiertag aber eben nicht überall na da kommen sie doch schon gut right away haben wir nämlich genug prometheus hallo sei gegrüßt freut mich dass du da bist schönen guten morgen auch ach ja prometheus da lese ich raus dass bei dir auch kein feiertag ist ja vielleicht sollte ich mir nur die allgemeinen feiertage aussuchen zum live streamen na was ist denn das hier bringt das nichts steck mal steck mal weg das sieht ja nicht aus sollte aber schneller gehen meine ich ich habe wieder was dazu gelernt man braucht nur die e taste gedrückt zu halten und dann trinkt sie in einer tour ja sehr schön ja ich glaube auch bei den nächsten feiertagen werde ich das auch so machen da werde ich dann gucken dass überall ein feiertag ist und nicht jetzt ist nämlich demnächst wieder irgendwo ein feiertag auch wieder in 20 oder 30 tagen ich weiß nicht tag der revolution oder so ich weiß auch nicht ob das ein japanischer feiertag ist oder so ich habe keine ahnung okay ja prometheus die auch was lass es dir gut gehen bei der hitze habt ihr vielleicht eine klimaanlage wenigstens und dann haben wir doch right away da haben wir ordentlich kommen ja und schon geht es uns nach das dauert dann wenig ja kein durst mehr und vor allem sind die treffer punkte wieder aufgeladen also jetzt können wir es riskieren durch zu rennen einfach so oder gut beide wird schwierig mal gucken wir müssen sowieso runter meine ich aber natürlich doch warum nicht noch viel viel mehr sind das nicht zu wenig vorsicht hier ist doch überall wasser der hat keine toiletten gebaut hier na das hat ja was gebracht oh hier ist doch wasser nein 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 wir trinken doch gerade du kannst doch jemanden nicht stören beim trinken meine frechheit ach ja ist ja schon gut wir haben das nach unten springen das war schon mal keine sehr gute idee ja aber was sollen wir denn sonst machen wir müssen ja runter wahrscheinlich ja ich glaube das biest wird uns hier wo wir gerade stehen nicht erwischen doch das kann doch auch hier runter springen ja der kann ja jetzt ganz woanders stehen das ist er nicht ja déjà vu ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß da die sind durch bekommen drei stück gefährlich das ist er nicht so ein Ich kann mir schon vorstellen, wo das steht. Ich glaube, da müssen wir runter. Und runter ist immer noch am einfachsten. Glaube ich. Da! Das ist aber verdächtig nah, hier der eine. So, nach unten dürften die eigentlich nicht kommen. Aber hier unten, da ist ja direkt einer. Können wir den nicht herlocken? Irgendwie? Da! Nicht schlecht. Oh, das war's. Ach, keine bessere Waffe. Ja, mehr Munitionen haben wir wenigstens hierfür. Gibt's noch irgendwo welche? Ach, ein Roboter rennt da ja auch noch rum. Ein Protektron. Ach so, der ist hier oben. Äh, wieso, wieso läuft der wieder rum? Wir haben den doch schon lahmgelegt. Schon vor langer Zeit. Naja, alles ist zurückgesetzt scheinbar. Da ist dann also mehr als nur der eine. Hä, hat sich da oben gerade was bewegt? Ich dachte, hier wäre gerade was hergerannt. Irgendwas mit so einem Klapperschwanz. Hilft ja nix. Ach, das ist gar nicht so schlecht hier, das Lück. Ich weiß doch ganz genau, wo das ist. Alles. Kann ich mir vorstellen zumindest. Na nu. Hier haben wir doch vorhin, als wir hier waren und hier geguckt haben. Da haben wir doch erst da was rausgenommen. Schon wieder was drin. Dann nochmal her mit dem Lück. Ach. Ach, der nimmt gar keinen Schaden so richtig. Könnt ihr ruhig mehr nehmen. Nein. Das war aber wirklich ganz schön knapp. Bis auf den letzten. Bis auf den letzten Schuss. So, dann gehen wir aber lieber nochmal trinken. Ja, die Waffe brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, diese Waffe, die kann das nicht so richtig. Ach, da sind viel zu viele von denen noch. Ja, das ist mir alles. away dann wäre eine bessere waffe vielleicht schon die tür hier war beim letzten mal zu diesmal ist ja gar nichts schade ach da ist der money okay deaktiviert die tür ist zu auch da ist der apfel endlich kommen wir dann ablassen ohne tasse nehmen wir mit die tasse wollte ich dankeschön und schüler akten noch mal richie marcus zwischenzeugnis so und jetzt das testgebiet verlassen ja und ich weiß wie das geht wahrscheinlich werden wir hier nie wieder reinkommen oder doch nein das ist nicht die richtige waffe dafür noch einer warum so viel noch einer 34 ich habe doch die tür zugemacht dachte ich habe ich gar nicht haben sie uns wieder eingesperrt ich war zu ungeduldig ich gebe es zu einer nur ich wollte was trinken ganz schnell noch bevor wir rausgehen draußen lauern nämlich die roboskorpione das ist dann ja auch nicht so einfach den kriegen wir so nicht oder glück wäre jetzt das wäre auch nicht so gut da haut er ab der hat den kopf kopf doch haben erwischt das hätte ich ja kaum gedacht jetzt nein 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 da kommt keiner die tür ist zu die können ja keine türen öffnen hoffe ich doch war so einen Durst Ja, wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt katholisch ist? Kann man darauf bestehen, dass heute ein Feiertag ist? Weiß das jemand zufällig? Ich glaube nein, oder? Dann kann man ja woanders hinziehen. Ach, kommt bestimmt drauf an. Also wenn der Chef auch katholisch ist, dann wird er bestimmt nichts dagegen haben, dass das ein Feiertag ist. Ja, ich habe ja gesagt, die Protestanten, da war das ja so, die haben sogar einen frohen Leichnam dann den Mist auf die Felder gebracht, um die Katholiken zu ärgern. Nein, ich wollte nicht speichern, ich wollte, ja doch, ich wollte speichern. Aber ich wollte auch ein Red Away nehmen. Ach, hier haben wir ja ein Stimpack sogar. Zwei Red Away und speichern. So, und jetzt aber nix wie raus hier. Nein, jetzt ehrlich. Wir dürfen das nochmal machen, fortgeschritten. Ach, die spinnen doch. Ich wollte gerade noch sagen, oh, das hat aber Spaß gemacht diesmal. Ja, aber irgendwann ist auch mal genug da mit der Schule. Wie oft soll man denn da noch reingehen jetzt? Ja, noch einmal. Und dann wieder von vorne. Was machen wir denn hier überhaupt noch? Das haben wir doch längst abgeschlossen, dachte ich. Aktivieren Sie den Schuldatenbeschaffungstest, fortgeschritten am X8 Test Terminal. Ja, das gleiche nochmal. Und ich dachte, wir können schon längst hier diese Feldforschung machen. Hm, dann eben nicht. Malo, Popovina, hallo. Sei gegrüßt, schön, dass du wieder da bist. Oh, oh. Hier rennt doch noch irgendwo ein Protektronen herum. Aber der ist aus. Vorhin war aber einer auch nicht aus. Der ist auch aus. Hier laufen wir denn hier überhaupt noch richtig? Na klar, wie denn sonst? Da oben steht auch Exit. Und Exit heißt Exit? Exit? Ach, die sind hier immer noch überall. Zeit für Gewalt! Nein! Ach, die auch noch. Nein! Ja, wir sollen ja die Schuldatenbeschaffung nochmal betreten. Dann machen wir das auch. Aber warum fortgeschrittenen Tests? Ja. Das ist die aufgezeichnete Stimme eures aufgezeichneten Rektors, Dr. Burroughs. Ach, hier ist alles schon wieder... Ja klar, ist alles wieder zurückgesetzt. Danke. Alles zurückgesetzt. Ja, nochmal alle drei beschaffen. Na klar. Der ist auch wieder da. Treppen wir den durch die Tür vielleicht? Da bin ich dir nicht so sicher. Nein, irgendwie... ...habe ich nicht so den Eindruck, als würden wir ihn treffen. Ach, die Waffe ist schon wieder hinüber. Da sind sie wieder zu zweit. Okay. Gar nicht wahr. Lass mich. Ich bin vor das Schild gerannt. Macht das so. Boah, bleibt da drin. Tür zu. Wie schnell die auch sind. Bitte werft alle dreckigen Propaganda-Bücher in den Schacht des Verbrennungsofens im Becken. Besonders die mit lustigen Bildern von mir. Ja, diesmal ist keiner da. Egal. Bitte warten. Boah, nein, 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 nein. Ach. Alarm. Feindliche Einheiten in der Nähe. Ah, die können uns nicht sehen, wenn wir hier drin sind, ich verstehe. Doch, irgendwie sind wir am falschen Ende, glaube ich. Oh, Malu, hast du den Nightbot ausprobiert? Suche nach der flüchtigen Person wird fortgesetzt. Ja, der ist, der ist immer dabei, der Nightbot. Kommt und zur Unruhigung. Die Ordnung wird sogleich wiederhergestellt. Bitte warten. Gebiet wird auf feindliche Einheiten abgesucht. Sie kommen nicht mehr. Mit Waffen niederlegen und aufgeben. Ah, so wird das nichts. Hier kann man aber durchschießen, aber dafür müsste der erstmal hier hinkommen. Ach, so bringt das doch nichts. Wir wollen ja nur ganz schnell die Daten hier rausholen. Okay. 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 Ich finde, die könnten sich hier vorne mal hinstellen, damit wir die schön abschießen können, so aus Sicherheit. Aber das machen sie nicht. Warum nicht? Okay. 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 Das könnte eventuell klappen, wenn da wirklich nur noch einer ist, dann versuchen wir das mal. Okay. Nein, sie sind leider zu zweit und wir brauchen zu lange um die Waffe hier nachzuladen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, jetzt wissen wir aber, dass es zwei sind da vorne. Ja, aber wie kommen wir gegen zwei an? Ja, hier tue ich nicht, da durch. Zwei und der Roboter auch noch, der Protektron. Ähm. Autsch. Nee. Zehn Millimeter. Ja, ich dachte wenigstens den Protektron könnte man ganz schnell deaktivieren. Das war leider auch nichts. Nichts nicht nur noch shakes oder demais? Das war ver. Es wird so stark blind. Dieala der Protekt tudo眼che, aber auch bei denótivimtenutzern. Das war Labs. Gebir, weiß einfach nicht sicher nicht das. Sicherlich überота. Das war anders. Kooperation erforderlich. Auf der Seite geht das nicht. Nur hier kann man durchschießen. Aber auch nicht mit dem großen hier, scheinbar. Entsprechend dem gilt man den Gesetzen mit tödlicher Gewalt angewandt. Die Bürger werden angehalten, das gibt es nicht. Nee, so wird das nicht. Oh, Silent Pain. Hallo, schönen guten Morgen. Freut mich, dass du da bist. Habt ihr denn auch einen Feiertag? Ich habe gerade festgestellt, das war keine gute Wahl heute. Denn vielerorts ist heute gar kein Feiertag. Gebiet wird auf feindliche Einheiten abgesucht. Na, kommt schon. Diese Waffe, die ist doch nichts. Diese aber auch nichts. Also weg mit der Waffe. Bitte in Deckung gehen, bis die Gefahr gebannt ist. Warum geht die Tür in diese Richtung auf? Oh nein. Hier unten? War das gut hier unten? Hier unten war es nicht gut. Die Tür geht nicht auf. Ach, Menno. Buschbüchse. Ah, keine Munition für die Buschbüchse. Da, woher wissen die denn... Die sehen mich doch gar nicht. Woher wissen die jetzt, dass ich eine Waffe gezogen habe? Das ist ja eine Frechheit. Hier ist kein Monitor. Die können da runterspringen von oben. Nö, ich mach euch da nicht auf. Ich möchte euch da nicht reinlassen hier. Meine ich. Dahinter lauert auch einer. Gibt es hier in der Schulbibliothek nicht irgendwo was zu trinken? Medikamente. Na ja, es ist eine Schule. Es gibt hier Spielzeugsachen und natürlich Zigaretten. Komm, da wird doch wohl irgendwo ein System. M-Pack oder irgendetwas zu trinken oder was sein. Nudelholz. Na ja, die Nudeln wären mir lieber gewesen jetzt. Aber Zigaretten. Wer hat da geschossen? Ach, da oben ist ja noch ein Protektorn hier. Richtig. Bitte Waffen niederlegen und abgeben. Ach, wir springen komisch. Gehen wir rüber. Spring nochmal da oben drauf. Weißt du nicht? Oben drauf einfach. Bitte Waffen niederlegen und aufgeben. Ach, ich dachte da oben wäre ein Rohr. Da würde sie vielleicht dran stehen bleiben. Haben wir wirklich Silent Pain? Oh, danke. Ach, da ist ja ein Stimpeg Sunset Sarsaparilla. Und die Nuka Cola. Und da geht es uns doch gleich sehr viel besser. Schmutziges Wasser. Ach klar, was soll der Geiz? Den könnten wir so schön ausschalten. Okay. Vielen Dank. Ja, fiese Züchtungen, diese Nachtpirsche. So, mehr können wir im Moment nicht machen. Wow, ja klar, wo kommt das denn auf einmal her? Du bist in der Bibliothek. Klar, nicht wahr. Wir sind schon die ganze Zeit in der Bibliothek. Wo kam das denn jetzt her? Das ist von oben runtergesprungen. Da haben wir doch die ganze Zeit drauf geguckt. Egal. Genau. So macht die Tür auf. Du bist in der Bibliothek. Hier musst du leise sein und ständig seien. Da wir richten gar keinen Schaden an, so richtig. Ah, das kommt ja auch darauf. Die können springen. Natürlich können die springen. Sie sind bekannt dafür, dass sie springen irgendwo. Das hätten wir doch schaffen können. Okay, nochmal die Tür auf. Wir müssen sowieso im Gericht. In der Bibliothek. Hier musst du leise sein und ständig seien. Haha. So geht das. Man muss den mal einsperren. Was wäre... Oh nein. Ich wollte nur gucken, was für eine Waffe wir jetzt... Achso. Achso, die... Was wäre denn jetzt die stärkste Waffe, für die wir auch noch Munition haben am besten? Ah. Oh, war das bei dir auch? Silent Pain? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich dachte früher, das wäre alles sehr viel einfacher, aber sehr, sehr viel einfacher gewesen, hier durchzulaufen. So von wegen Robo-Skorpione mit einem Schuss. Und ich habe so in Erinnerung, wir sind hier nur mit dem guten Amerikaner durchgelaufen. Aber wir bekommen ja gar keine Munition dafür hier in der Gegend. Und ja, selbst diese Hunde-Cyberhund-Pistole, die ist ja doch relativ schwach. Also, ja, doch, ich kann nur sagen, die ist ganz schön schwach. Die Panzerbüchse, die kann ein bisschen was mit diesen Explosivgeschossen zum Beispiel. Aber wir bekommen keine Munition dafür hier. Und jetzt sind wir wieder am Ende. Stichwort Munition. Na gut, was haben wir denn? Alternativ. Vance ist 9 Millimeter MP. Okay. 30 Schuss nur. Alarm. Feindliche Einheiten in der Nähe. Gar nicht wahr. Und wieso man die Roboter nicht hacken kann, obwohl man sie hacken können sollte? Manchmal geht's und dann nicht. So. Kooperation erforderlich. Ich dachte, man sollte versteckt sein dafür, aber das ist es nicht. Das geht auch manchmal so. Ach, jetzt zum Beispiel. Peng. Aus ist er. Das konnte er ja noch sagen. Survival, ja genau. Aber trotzdem meine ich, das war irgendwie einfacher. Da ist auch kein Monitor diesmal. Ja, wir müssen ja auch schon hier durch. Das ist gar nicht so falsch. Bevor wir da wieder reinrennen, deaktivieren wir das Ding doch auch mal schnell. Können wir jetzt irgendwo was trinken? Äh, war hier was drin? Nein. Ach, die haben doch hier bestimmt irgendwo... Also... So einen Brunnen. Zum Trinken. Vielleicht... ...auf dem Gang, auf dem nächsten. Aber da gehen wir lieber nicht hier lang. Die schicken wir uns so oft hier durch, bis wir wirklich alles eingesammelt haben. Na, mittlerweile können wir das ja alles so gebrauchen, was wir hier finden. Kreuzschlüssel? Ja, das kann natürlich auch sein. Aber so viel Pech kann man, glaube ich, gar nicht haben, die ganze Zeit. Da ist er. Aha. Ja, ich habe schon gesehen, da drüben ist im Gang auch noch so ein Nachtpirscher. Schade. Nee, das bringt doch nichts. Warum? Der sheetet. Der sheetet. Lass das. Lass das sein. Vortreten und Ausweis vorzweigen. Gesetzes- treue Bürger haben nichts zu befürchten. Ja, und jetzt? Da kommt nie da durch. Im Leben nicht. Ich erinnere mich an die Ecke. Ich stand hier schon öfter. Früher auch schon. So, was war unsere Aufgabe jetzt nochmal? Wir haben alles gesammelt, meine ich. So, das Testgebiet verlassen. Ich weiß ganz genau, wie das geht. Ich weiß ganz genau, wo der Ausgang ist. Ich dachte, ein Schnaps in ein Schnapsglas. Ja, ein Schnaps würde uns jetzt aber auch nicht weiterhelfen. Haben wir denn nicht irgendwas anderes? So eine... Sasa Sparilla hatten wir doch noch vielleicht. Wein? Ja doch, hier sind noch drei. Wir sind so geizig außerdem. Wir sollten mal hier so einen Stealth Boy nehmen. Damit kommen wir bestimmt durch. Einfacher. Ah, die wirkt sehr langsam, diese Sunset Sasa Sparilla. Oder gar nicht? Doch, aber sehr, sehr langsam. Wir können ja schon mal gucken in der Zeit. Aha. Habe ich genau gesehen, was da so los ist. Aber wir konnten doch hoch aufs Regal. Ja, das ist gediegen hier, Silent Pain. Dass es hier so viele Stangen Zigaretten gibt. Überall. Und gerade hier in der Schule. Wundert's mich. Bitte weitergehen. Die Waffe, die bringt nichts mehr. Da wäre das hier schon eher was. Oh. 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 Jetzt haben wir aber Nachtpirscher Blut. Oder diesen... Ach, wir haben die ganze Zeit einen frischen Apfel bei uns. Den hätten wir auch trinken, essen können schon mal. Ach, zwei Nachtpirscher Schwänze sogar. Mh. Lecker. Ja, das ist bestimmt total scharf gewürzt. Boah. Oh nein. Die sind ja immer noch da. Dabei wollte ich sagen, ich weiß ganz genau, wo wir her müssen. Hier war doch ein Trick vorhin. Boah. Aber wir kommen ja nicht weiter rauf. Alles schön und gut. Nein. Ja. Zieh dich rauf. Du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es. Oh nein. Das ist nicht gut. Ob wir da rausgehen, wo wir reingegangen sind? Nein. Das geht nicht. Oder doch? Nein, nein. Wir sollen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Aber warum ist das hier zu jetzt? Drei? Die kriegen wir nicht. Wir schaffen nicht mal einen. Aber irgendwie meine ich... Oh, Moment. Aha. Geschafft. Jetzt sollen wir die Testdaten besorgen. Okay. Das ist nicht der richtige. Ja. Moment. Wasser? Zu trinken? Irgendwas hier? Ich meine, Wissenschaftler müssen doch auch irgendwann mal was trinken. Wein. Naja. Für später. Okay. Ehren? Ich höre da schon irgendwie... Unser Anzug scheint kaputt zu sein. Na jetzt ist er schön leiser. Nee, jetzt nicht. Ja, zum Glück kommen die da nicht raus. Ich hoffe, die werden niemals dort rauskommen. Na gut. Gut, wenn man die einmal ausgestaltet hat hier, dann bleiben sie aus. Außer unten die im Schulbereich, da die nicht. Zeit für Gefahr. Oh nein. Ich vergaß, dass die auch noch da sind. Das habe ich total vergessen. Und die streiten sich gar nicht mit den Robo-Skorpionen diesmal. Schwanz, die sie jetzt ziehen, Mann. Ist das der richtige Rechner? Schuldatenbeschaffung betreten? Nein. Testergebnisse. Ungewöhnliches Exemplar. Jawohl. Abgerufen. Okay. DNS-Agent. Extra gewährt. Ihr Studium der Abscheulichkeiten, die am Big MT erschaffen wurden, gewährt Ihnen einen Schadensbonus. Plus 10% gegen Nachtpirscher. Oh gut, dann kommen wir ja doch noch raus hier. Ja, aus der meines Scherrigen sind die Schächte. Sie im Namen all dessen, was Mödius ist. Kaum zu glauben. Jetzt aber nach Hause. Ich weiß gar nicht, wie man das anders schaffen soll. Das Beste. Das Beste waren ja heute die ersten anderthalb Stunden. Ja gut, die erste Stunde haben wir. Da haben wir ein bisschen so geredet. Aber das Beste waren die ersten anderthalb Stunden hier im Spiel. Diese Strecke. Die ganze Zeit rauf und runter. Also dort runtergelaufen oder rauf. Hier rauf also. Und dann wieder zurück zum Heilen. Und das über anderthalb Stunden. Wir sind wirklich überhaupt nicht weitergekommen. Fast über zwei Stunden schon. Gar nicht weitergekommen. Und irgendwann habe ich gesagt, ne, einfach Augen zu und durch. Einfach rennen, rennen, rennen. Und ja, so funktioniert das wohl. Einfach ignorieren, die Gegner. Drüber springen, wegrennen. Kämpfen hat gar keinen Sinn. Jetzt können wir uns aber erst mal heilen. Benötigen Sie sonst noch etwas? Da war ja unser schöner Anzug noch heile. Aus Versehen haben wir den einmal ausgezogen. Und dann war er weg. Also, der ist noch da. Aber den müssen wir erst reparieren. Sonst können wir den nicht mehr tragen. Ein sehr guter Entschluss. In Ordnung. Ich muss nur die alte Benutzeroberfläche für Sie starten. Schwester Zange, dieser Mann hat eine sehr gefährliche Schulung. Ja, ich bin dafür, dass wir dann trotzdem noch mal schlafen gehen. Es war ja Nacht. Und dann bin ich dafür, dass wir mal gucken, bevor wir schlafen gehen, was wir denn als nächstes hier machen. Ja, Feldforschung, denke ich mal. Finden Sie alle Audioproben für die Jokebox. Okay, für die Jokebox. Ja, da gucken wir mal. Oh, wir könnten eigentlich, bevor wir schlafen gehen, noch mal ein bisschen was aufräumen hier. Wir haben doch schon wieder so viele Sachen eingesammelt. Ja, die Lück brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir keine Munition haben dafür. Ach hier, so eine Plasma-Granate hätten wir. Hätten wir gehabt. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Soviel zum Thema Waffen. Hm, nein. Das schmeißen wir doch mal lieber hier rein. Schrott haben wir mit Sicherheit ordentlich eingesammelt. Das schmeißen wir doch mal hier. Das schmeißen wir doch mal hier. nach vorkriegsgeld jedes mal lege ich das wieder hier rein da müssten wir aber schon gut was sie drin haben 110 naja auch immerhin wie sieht es mit munition aus was haben wir da auch hilfsmittel vielleicht auch hundefleisch kann weg das müssen wir ja nicht mit uns herumtragen aber das könnten wir zubereiten das wäre vielleicht ganz gut und dieser wein der kann auch weg habe ich dir mal von 4.0 der beste trompeten spieler der ich je getroffen gut gut wein hundefleisch zubereiten wir haben noch mehr hundefleisch ja 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 so was brauchen wir noch unterwegs also munition bei der munition wollten wir mal gucken 44 haben wir glaube ich hier noch nie gefunden im dlc old world blues energiezellen das sind ja schon wieder viel zu viele doch moment mikrofusionszellen davon könnten wir ein paar mitnehmen denn dann können wir doch das lück auch mitnehmen falls wir es nicht noch im inventar haben dann wollen wir uns das ach da ist es die waffen sind alle hinüber ausrüstung reparieren für kostenlos heute mal ausnahmsweise wo auch und was für preise er hat nein 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 der killer anzug ist auch fast hinüber ja gut in der mojave hätten wir genug geld um alles reparieren zu können und wenn wir die sachen die wir hier alle schon gesammelt haben mal verkaufen würden hätten wir auch genug geld aber der zockt uns ja ab immer noch der automatik er will uns einfach keine deckel geben ach so schlafen wollen wir doch ja dann gehen wir eben mit kaputten waffen wieder raus ja das ist schon manchmal lustig was die sagen hier jan jan domi hallo sei gegrüßt schön dass du da bist hast du denn frei heute ist heute ein feiertag bei dir du hast hunger okay gegen hunger können wir sofort was unternehmen wir haben uns ja hier die hunde steaks gemacht alex hallo willkommen zurück zum zweiten mal schon zurück endlich endlich können wir aufbrechen haben wir denn ausgewählt was wir machen wollen als nächstes jetzt wird etwas haarig und das mit unseren kaputten kaputten waffen ja frohen leichnam ich sag's nochmal habe ich vorhin irgendwann oder heute nacht schon mal gesagt frohen leichnam ist ja mehr ein katholischer feiertag und wird in also vielerorts wird er gar nicht gefeiert da hat man gar nicht frei und ich glaube ich muss beim nächsten mal ich weiß gar nicht tag was habe ich da gelesen tag der revolution kann ja nicht sein irgendwas anderes tag des aufstands oder so wäre der nächste feiertag aber der wird auch nicht überall gefeiert er wird glaube ich in nordrhein-westfalen zum beispiel nicht gefeiert ja da muss ich wohl besser aufpassen wenn ich die feiertage aussuche dass die dann wirklich überall sind denn das ist ja auch schade wenn wenn man das dann nicht kann wenn man nicht so zu gucken kann ja gut das wird ja aufgezeichnet sieht man ja im nachhinein oh ja hoffentlich gut geschlafen alex urlaub hört sich gut an ich mag urlaub na oder vielleicht heißt auch anders tag des aufstands ja ich bin mir auch nicht so sicher ach nein die jetzt ehrlich aber hier wollten wir auch gar nicht hin oder etwa doch was leuchtet denn da unten so schön rot da sollten wir lieber nicht runter gehen so die pilze hier können wir die übrigens sammeln da können wir uns nachher sammelpackung ja da können wir uns nachher schöne sachen draus machen aus den ganzen früchten hier wow 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 wollen wir denn hier runter überhaupt hey die dinger kann man kaputt schießen hat sich so angehört zumindest und warum können wir hier rüber laufen ist das hier sicherer wow nein okay so tief können wir nicht fallen auch nicht mit diesem anzug schade ja und ich habe dann zwischendurch natürlich auch was ganz ein auch jetzt ehrlich wir haben überhaupt nicht gespeichert zwischendurch wie schön und naja schön ist was anderes aber interessant so und ich habe zwischendurch überlegt da wir dann ja die feiertage hier mal durch haben so die die wir hier kennen bei uns da habe ich mir überlegt dass wir vielleicht mal im nächsten jahr japanische feiertage oder polnische feiertage oder russische englische amerikanische wie auch immer aber ich glaube japanische feiertage oder islamische feiertage auch dass wir das im nächsten jahr mal machen das wird bestimmt auch interessant da was zu finden wobei ich ich meine auch das so mit dem frohen leichnam so richtig ob ich das so richtig verstanden habe also ich habe das recherchiert natürlich deswegen ist da auch die quellenangabe wenn ich das so alles gewusst hätte dann hätte ich keine quellenangabe gegeben hm joo islamisch wird bestimmt auch interessant oder was da gibt es auch andere noch oder wie gesagt japanisch japanisch wird mich zum beispiel echt interessieren die japanischen feiertage habe ich sogar bei mir im google kalender drin islamische und japanische feiertage wobei islamische glaube ich aus anderen gründen weil ich da mal nachbarn hatte und da war mir das ganz lieb wenn ich da vorher dann schon wusste wenn da irgendwie was besonderes anliegt sagt man islamische oder islamistische ich weiß es nicht gott oh gott japanisch sagen wir japanisch japanisch kenne ich noch so ein bisschen also alex du sagst in bayern ist im august noch ein feiertag x 17 wetterstation hier sind wir aber nicht richtig aber irgendwas müssen wir doch hier bestimmt auch machen ja aber wahrscheinlich jetzt nicht warum gucken wir nicht einfach mal auf die karte und speichern auch ab und zu mal karte gucken ja wenn wir alle kalender nehmen die es da so gibt dann ist wahrscheinlich jeden tag ein feiertag irgendwo ha wir sind ja total falsch ach natürlich der eingang zur kuppel den kennen wir doch schon da wissen wir doch wieder aussieht also auf zur kuppel ach hört doch auf na das ist weniger der richtige weg das ist schon interessant gut dass man hier überall hinkommt so durch diese schlucht hier ich glaube hier wäre es sogar richtig war hier nicht sonst immer alles voll mit skorpionen ich würde das rote da gerne mitnehmen diese kristalle ich kann die gar nicht ausschalten das war falsch das war falsch das war der falsche eingang das hier ist glaube ich der richtige eingang Cool, so ein blaues Wasser hier. Ach, das ist gar kein Wasser. Das ist schon wieder so einfach so. Vorsicht. Vorsicht. Ich sage Vorsicht. Ich dachte, wir können das deaktivieren. So wie in der Schule vorhin. Dann eben nicht. Dann weiß ich ja jetzt Bescheid beim nächsten Mal. Einfach runterlaufen da. Nuka, Cola. Wie schön. Noch können wir groß sammeln. Sogar den Pümpel. Okay. Wir sind hier immer noch falsch. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Und wenn wir uns ganz vorsichtig anschleichen hier. Ne, geht nicht. Ach so. Na doch, hier kommt man runter. Und bekommt sogar einen Mutanten-Höhlenpilz 2. Oh, ganz viele sogar. Unzählig viele. Oh nein. Habe ich da richtig gehört? Haben wir nicht genug von Nachtpierschern? Oh nein. Lüg. Wo war der denn überall? Der war ja hier überall. Elijah. Der hat ja überall seine Waffen hier hinterlassen. Also, es geht doch übertaktetes Geschütz. Ja, das waren wir wohl. Hoffe ich. So viel Wunderkleber bringen wir da mit. Okay. 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 Wir entkommen sich nicht. Ich bin nicht sicher. Jetzt mache ich Ihnen ein Ende. Wer will es schafft, sind Sie nicht gewachsen? Doch, wir müssen hier rein. Der X-42-Riesen-Roskorpion lebt. Erwache mein Schoßtierchen und initiiere in Vöbius Namen. Das Suchen ist er nicht in Porto Reus. Wie, der ist noch gar nicht wach gewesen? Jetzt wird er wach. Nein. Der schläft. Der schläft, der schläft, der schläft. Der schläft die ganze Zeit. Nein, jetzt ist er wach. Ah. Er ist wach. Dumm gelaufen. Das versuchen wir aber noch mal. So viel Munition haben wir gar nicht. Gegen so einen Monstrum anzukämpfen. Steenpix. Steenpix. Warum finden wir hier so viel Red Away? Können wir den hier ausschalten vielleicht? X-42, gigantischer Robo-Skorpion-Test. Die Saturnit-Rüstungsplatten an den gigantischen Robo-Skorpionen haben die Erwartungen übertroffen. Weitgehend. Obwohl sie nahezu undurchdringlich für kleine Schusswaffen sind, konnte der Schall-Emitter, den Parsons gebracht hat, ein Paar der Subsysteme des Prototyps beraten. Wir müssen für den nächsten Prototypen auf eine bessere EMP-Isolierung Wert legen. Etwas Positives. Der neue Atomarlaser des Prototyps schlägt sich wunderbar. Ein bisschen Rückstandsstrahlung bleibt, nachdem die Waffe geschossen hat. Es könnte nötig sein, zur Vorsorge mehr Strahlungsanzüge und Medikamente zu besorgen. Ach, das ist das. Darum also. Zieldrohnen-Effektivitätsprotokoll. Die stetigen Verbesserungen an den gigantischen Robo-Skorpionen haben die Protektron-Modelle, die wir als feindliche kommunistische Streitkräfte genutzt haben, weitgehend nutzlos gemacht. In dieser Stufe sind sie nicht viel mehr als Ablenkungen. Ziel-Drohnen aktivieren. Oh, sieht aus, als ob die Ziel-Drohnen aktiviert wurden. Genieglich. Sie greift eine X-42-Riesen-Robo-Skorpion an. Die Dachs, die Gänke-Splitter. Oh, und wir müssen erstmal besser drauf werden. Besser drauf kommen hier, ein bisschen Stimpack. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Nachdem wir gespeichert haben. Nein, wir gehen erstmal oben rum. Vielleicht finden wir direkt was, dass wir hinter ihnen kommen können. Ach nee. Oh, die kann den tödlichen Laser schreien. Doch, 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 doch. Einfach ausgeschaltet und jetzt? Na, was willst du jetzt tun? Was machst du jetzt? Ist weg, ist aus. Dein Spielzeug. Hahaha. Genial. Guillomar. Willkommen. Mein X-42-Riesen-Robo-Skorpion. Leben. Oh, schade. Noch eine Lüg. Noch eine Lüg. Ach. Zerschweckert sie mit euren Zeilen. Ja, aber wie oft kann er den denn wieder einschalten? Denn, äh, wir haben noch. Denn, äh, wir haben noch... Sie können den tödlichen Laserstachel des Dr. Und, äh, wir haben noch eine Rekalibrierungs-Datei für den Schall-Emitter gefunden. Bringen Sie es zu der Jukebox im Becken, um den Schall-Emitter für neue Effekte zu rekalibrieren. Und, äh, wir haben noch eine Lederrüstung. Haben wir hier. Na, wir kommen auch nicht weg hier. Was ging noch? Geht nicht aus. Warum nicht? Sieht uns. Aus. Geht auch von vorne, also. Big Smoke. Hallo, willkommen erst mal. Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind gerade in Old World Blues. Ach, der ist ja wieder an. Ach, der geht immer wieder an. Das ist ja nichts, wenn der immer wieder angeht. Also, wenn ich wüsste, dass wir hier jetzt noch mehr Stealth Boy finden, mehr Stealth Boy, dann würde ich das noch zwei, dreimal machen, glaube ich. Ja, vielleicht mache ich das trotzdem. Ja, die 22 LR-Patronen. Wofür auch immer. Na ja. Da vorne leuchtet so ein Monitor. Waren wir da etwa schon? Ich glaube, nein. Oder haben wir da diese Drohnen unten eingeschaltet? Ja, klar. Ich인지 lasse. Wofür ich. Der ist mir zu laut. Und, geht er nochmal an? Sofort wieder hin und ausschalten. Na, ja, ja, da geht er schon wieder an. Doch, ich glaube, hier waren wir schon. Notfallgeneratorprotokoll. Der neue Atomarlaser belastet den Generator des gigantischen Robo-Skorpions gewaltig. Das verdammte Ding hat sich mitten im Waffentest letzte Woche abgeschaltet. Ich wollte erreichen, dass sie die Kraft des Lasers um 25% reduzieren. Stattdessen haben sie einen Hilfsgenerator an den Skorpion gehängt. Gefährlich, wenn du mich fragst. Die Systeme sind nicht dafür ausgelegt, den Strom von zwei Systemen gleichzeitig zu verarbeiten. Und wenn irgendein Hilfstechniker den Hilfsgenerator zu früh startet, dann... Ha! Notfallgenerator aktivieren! Peng! Warnung! Die Notfallstromversorgung in diesem Stadium zu aktivieren, kann den Prototypen beschädigen oder zerstören. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren wollen? Aber ja! Notfallgeneratorprotokoll? Nein, wird aktiviert. Okay. Sie werden mich niemals über die Monitore in diesem Raum ausschalten, bitte! Achso. Ja, das hätten wir vorher wissen müssen. Kann man ja nicht wissen. Ich dachte, das geht. Ach, wir können ja noch so viel einsammeln. Zack, gleich ist alles voll. So, dann gehen wir eben nochmal schnell runter und schalten den so aus. Können wir hier springen? Das ist ein bisschen hoch. Aber hier können wir, glaube ich, springen. Der ist doch gar nicht mehr an. Oder etwa doch? Oh, der ist aber schon ziemlich kaputt. Ach, dann kriegen wir den jetzt. Falsche Waffe. Versuchen wir es nochmal mit einer anderen Waffe. Die Lück. Die reparieren wir aber. Oh, Moment. Die ist noch relativ gut repariert. Na also, kriegen wir ja doch. Das ist noch relativ gut. Na gut. Wir haben ja eigentlich das, was wir wollten. Ich glaube, der kriegt uns sowieso nicht hier oben. Oh, oh, der hält aber noch was aus. 99 Schuss, jeder Schuss ein Treffer. Hier ist ein Dringling, da bin ich sicher. Richten wir denn gar keinen Schaden an? Also wenn wir die Füße zerschießen, dann kann der doch nicht mehr so weit krabbeln, meine ich. Oder so schnell. Und wenn wir den stacheln. Und wenn wir den stacheln. Oh, wenn der explodiert, möchte ich aber auch nicht in der Nähe sein. Sie suchen nach einer Schachstelle? Es sind keine Schachstellen! Hier ist ein Dringling, da bin ich sicher. Ich glaube, jetzt hat er uns doch entdeckt. Nicht, dass der sich regeneriert jetzt. Wir treffen gar nicht, oder? Hier ist ein Dringling, da bin ich sicher. Raketenwerfer her. Oder das. Ach echt, damit richten wir gar keinen Schaden an. Na doch, 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 doch. Das geht. Nein! Wieder nicht gespeichert. Ach, F5. Ist doch nicht so schwer. Einfach eine kleine Taste drücken. Wir sollen sowieso hier raus. Ach, irgendwann haben wir gespeichert scheinbar. Genau. Ich glaube, wir meinen sonst. Jetzt nehmen wir unseren K9000. Cyberhund. Ach, das sagt er doch nur so. Angeber. Angeber. Mein ich. Hier ist ein Dringling, da bin ich sicher. Sie können den tödlichen Laserstacheln des Dr. Armböbius nicht entgegen. Sie suchen nach einer Schwachstelle? Es sind keine Schwachstellen! Ach, wir haben das gleich. Haben wir doch gleich. Jetzt nur nicht übermütig werden. Tada! Oh, schön. Kawum! Jawohl! Nein, 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 nein. Dr. Möbius wollen wir jetzt noch nicht. Wir wollen doch erstmal die ganzen anderen Aufgaben machen hier. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kommen. Moment mal. Aufgaben. Mhm. Genau, alte Weltblues. Jetzt haben wir den Riesenskorpion wenigstens schon zerstört. Und Dr. Möbius können wir uns immer noch stellen. Aber wir wollen ja auch unser Gehirn wieder haben. Also vielleicht sollten wir uns da doch mal beeilen. Ja, es sind nur noch die beiden Sachen hier. Feldforschung. Da bin ich für, dass wir das weitermachen. Finden Sie die Proben für die biologische Forschungsstation? Ja gut, dann machen wir das auch so. Wenn wir hier jemals rauskommen natürlich. Da drüben, da war doch noch so viel zum Einsammeln, oder? Was ist das hier eigentlich? Kabelgedöns irgendwie. Okay. Vielleicht hat er ja noch was für uns. Uh. Da ist ja gar nichts drin. Oh, da ist eine ganze Menge drin. Okay. 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 Ja, der kann aber einen Krach machen da unten. Ach, wenn man nur irgendwas finden würde, um alle Robo-Skorpione zu schwächen. Oh, hier ist jetzt nur noch das Protokoll, aber okay. Und hier war doch auch nichts. Hm, nein. Ja, wir sollen hier raus. Ja, klar. Die Kleinen sind viel gefährlicher als der Große. Ja, bei Skorpionen soll das so sein, glaube ich. Zwei plus zwei machen. moment eigentlich würde ich lieber in die andere richtung wir brauchen sowieso beide teile also ist das vielleicht schon der richtige eingang wir müssen noch mal auf die karte gucken aber ich glaube wir können einmal ganz rumlaufen nur dass wir gerade in die total falsche richtung laufen wir laufen glaube ich hier entlang wir müssen doch einmal umkehren ach da kommen wir doch bestimmt hier entlang nein da da entfernen wir uns noch und hier oben lang kommt man ja doch vielleicht ganz außenrum das könnte gehen nein dann sind wir wieder am nordtunnel jaja dass das geht dann am botanischen garten da mussten wir doch sowieso irgendwas noch erledigen ja aber zurück ging ja doch schneller ja aber das sind doch da sind doch die ganzen von mir aus zurück wir werden ja schon sehen was wir davon haben da geht schon los habe ich nicht gesagt oh nein oh nein oh Diesmal laufen wir aber richtig. Was ist das? Moment. Ich dachte, hier wäre irgendeine fiese Falle. Aber da war keiner. Sah nur so aus. Oh nein. Oh nein. Ich weiß nicht. F5? Nein, F5. Wir haben dran gedacht diesmal. Was ist das? Warum hat der eine funktioniert und der andere nicht? Ich verstehe das nicht. Aber ich wollte gar nicht weglaufen. Ich wollte dich deaktivieren. Ein weiterer glorreicher Tag in der Geschichte unserer Armee. Deaktivieren ist wohl in Fallout 4 leichter. Bist du bereit für dein Land zu sterben, du sohn einer räudigen kommunistischen Hündin? Schluck Blei, Kommunisten Schwein! Ach, ich hab jetzt sowieso gerade nicht hingeguckt. Na, jetzt kriegen wir ihn. Ein weiterer glorreicher Tag in der Geschichte unserer Armee. Das ist so weit weg. Geht doch. Und wir dürfen... Wir sind schon vorbeigelaufen. Links oder rechts? Egal jetzt. Wer hat denn hier sowas da hingeworfen? Cool. Sonderwurzel so viel. Und wir gehen hier rauf. Oh, ich erinnere mich. Das sind nicht gerade die besten Erinnerungen. Aber wir waren hier schon mal. Im Castle-Daw-Gebiet und in den Nachtpirscher Verbindungseinrichtungen ist es seltsam ruhig. ZU RUHIG! Ne, da brauchen wir schon. Ein bisschen mehr. Nein! Ja! Der war nicht allein. Irgendwas spuckt. Das könnte eine Pflanze sein. Ja, natürlich. Nehmt keinen Schaden. Na gut. Na gut. Nehmt keinen Schaden. Die ist ein bisschen wie wir. Das tut mir schon leid auf sie zu schießen. Sie kann auch nicht so gut treffen. Okay. Praktisch. Hm. Nichts drin. Nein. Nein, 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 nein. Heilpulver, das ist ja gar nicht so gut. Gut. Da lassen wir uns lieber saftiges Grün herstellen nachher. noch einmal auf die Karte geguckt. Das stimmt doch was nicht. Was nicht. War das nicht gerade sehr viel näher? Ja. Hoffentlich ist das nicht oben. Ach. Nee. Das ist mir zu mühselig jetzt. Na klar. Nein. Windows. Was war? Diese zwei kamen während des Spiels hinein. Nein. Was erzählt mir Windows da? Da ist doch... Die Verbindung steht doch noch, oder? Hallo? Sind wir noch online? Windows lügt. Nö, wir sind doch live. Das sehe ich doch. Ach. Um 5.13 Uhr heute Morgen. Ja, hallo Alex. Ich dachte schon. Da kam eine seltsame Windows-Meldung. Diese zwei haben sich... Was stand da gerade? Ich weiß es nicht. Hm. Steht... Steht nichts mehr. Das war aber mal eine neue Meldung. Das war eine Meldung... Ganz Hat doch geklappt. Die schicken uns wohl wieder nach oben. Aber wie es aussieht, müssen wir genau da rauf. Ach, hier sind wir wieder einmal im Kreis gelaufen. Oh. Oh nein. Das mit dem deaktivieren ist hier nichts. Das geht ja gar nicht richtig. Wie kann man denn rauf kommen jetzt? Ja, hier waren wir bereits. Na endlich sind wir überladen. Das hat aber gedauert diesmal. Eine Treppe. Ja Alex, eine gute Idee, wenn ich mal so auf die Uhr schaue. Viertel nach, also zwei Stunden und 15 Minuten haben wir schon, also wird es höchste Zeit mal wieder für eine Pause, ja. Was haben wir denn jetzt eingesammelt, was so schwer ist? Vier Pfund, noch zu viel. Achso, gerade waren wir da dran, irgendwie. Ja. Ja, klimmen wir noch diese Treppe, oder das machen wir nach der Pause. So, viele Xanderwurzeln. Dann geht's darauf, und ich sag mal so 15 Minuten ungefähr, dann machen wir weiter gleich. Oder jetzt, in 15 Minuten. Bis jetzt. Ich schätze, jetzt geht's. Vielen Dank.